ist und dass Gott zornig ist. Und ja, das ist sehr wichtig, das zu erkennen, damit du überhaupt deinen sündenhaften Zustand erkennst, empfehle ich dir, die Bibel zu lesen. Denn die Bibel sagt ganz klar, dass jeder Mensch, jeder Mensch ein Sünder ist. Und es ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind abgekommen vom Weg. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ja, alle sind abgewischt und unter ihren Zungen. Ja, da ist nur Schwachsinn, Blödsinn. Mit unserer Zunge töten wir, morden wir. Das ist wirklich unbändig, unsere Zunge, sagt der Herr. Ja, und darum ist aber der Herr gekommen, um die Werke der Finsternis zu zerstören. Die Werke der Finsternis hat er zerstört am Kreuz und wer dieses Geschenk annimmt. Und Gott sagt, dass er die Sünden komplett ans Kreuz heftet und nagelt und nicht mehr an unsere Sünden gedenken wird. Ja, jeder, der noch nicht den Herrn Jesus Christus kennt, er wird zurückkommen als Löwe, als Richter. Er wird die Welt richten. Es wird hier, ja, in der Endzeit, die dann beginnt, die dreieinhalb Jahre geteilt, in zweimal dreieinhalb Jahre, die sieben Jahre meine ich, aus dem Buch Daniel. Da werden wir nicht mehr da sein. Aber wer da noch ist, ich sage es euch jedes Mal, ihr Lieben, die ihr übrig bleibt hier auf der Welt. Ja, die Offenbarung spricht ganz eindeutig, ihr Lieben, von Mahlzeichen. Und dann gibt es keine Gnadenzeiten mehr, so wie jetzt, wo ihr jetzt euch bekehren könnt, wo ihr jetzt umkehren könnt und die Liebe Gottes erkennt, was er für euch getan hat. Nein, da gibt es das nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Denn dann werden schlimme Zeiten eintreten. Ihr könnt gerne Matthäus 24 und Markus 13 lesen. Ja, bittet, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Ja, das sagt der Herr, dass das zu den Schwangeren gesagt werden soll. Bittet, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. So, und ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Erdbeben geschehen und Unruhen und Zeichen und Wunder werden geschehen. Und, ja, ehe der Tag des Herrn kommt, ehe der Tag des Herrn kommt, ja, da wird das Evangelium in aller Welt verkündigt werden. Paulus 13, schreibt Sifu, genau. Genau. Ja, das ist ja der Wahnsinn, ne, was manche Leute da hineininterpretieren in die Bibel. Alle sind für den Herrn gestorben, die evangelisiert haben von den Aposteln aus Johannes. Dann der erste Märtyrer-Tod mit Stephanus und so weiter. Und sofort, wie viele Menschen wirklich für den Herrn gestorben sind, das weiß ich nicht. Aber eins kann ich euch sagen. Sie waren bereit, für das Evangelium zu sterben, weil der Heilige Geist sie in dem Moment erfüllt hat und sie wussten ganz genau, ja, jetzt werde ich mit dem Herrn Jesus Christus mein Leben lassen und dann bin ich endlich bei dem Herrn. Nicht umsonst steht in der Bibel, dass wir der Welt ein Schauspiel geworden sind. Ja, was heißt das denn? Ja, natürlich, weil überall das Evangelium verkündigt wird. Egal, ob wir verfolgt werden, ob wir ausgelacht werden, ob wir belacht werden, belächelt werden, gespottet werden. Es kommt immer zurück auf unseren Herrn, denn Gott lässt sich nicht spotten und er ist ganz klar ein eifersüchtiger Gott und ihm gehört die Rache und er wird wiederkommen, das, was ich eben gesagt habe. Denn er ist zornig, ja, und er wird dann, ja, allen Menschen, ja, die das Mahlzeichen annehmen, ja, die dann damit mit diesem Mahlzeichen dann kaufen und weiterverkaufen können, hat er gesagt, dass es dann keinen Rückweg mehr gibt. Deswegen sage ich euch, wenn ihr dann seht, ihr Lieben, ja, wenn ihr dann seht, dass die Christen hier nicht mehr sind und dann bei dem Herrn sind, dann vergesst nicht, die Bibel ist die Wahrheit gewesen, denn es wurde prophezeit und dann wird es ganz schwer werden für euch. Ihr müsst dann, so wie es in Offenbarung 7 steht, von der großen Schar die Rede ist, die dann noch zum Herrn finden, aber nicht in dieser Gnadenszeit, sondern durch sozusagen den Märtyrer-Tod gehen müssen, so steht es ganz klar in der Bibel, Offenbarung 7, dass Johannes eine große Schar sah, von allen und Stämmen, Nationen, Völkern und Sprachen und die standen vor dem Herrn und das sind die, die durch die Drangsalzeit gehen werden und für den Herrn ihr Leben lassen werden. Und ja, das haben wir jetzt schon mehrfach durchgekaut, vergesst nicht, es wird ein Engel kommen, der ein ewiges Evangelium verkündigen wird und die 144.000 Endzeit versiegelten, die nochmal hier auf der Erde das Evangelium verkündigen werden, aber da wird es dann keine Entrückung mehr geben. Ja, diese Menschen werden durch den Märtyrer-Tod gehen, die werden dafür den Herrn sterben müssen. Ja, das wird eine sehr schlimme Zeit sein. Und hier ist jemand, König der Löwen schreibt, Jesus ist der Sohn Gottes, alles andere ist eine Irrlehre. König der Löwen, ich habe eine Frage, bitte antworte mal ganz konkret. Wenn du sagst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, kannst du bitte mit einem Ja oder Nein kurz antworten, ob Jesus auch Gott ist für dich? Ja, wir wollen das ganz klar jetzt wissen, auch was dein Geist glaubt, damit wir wissen, welche Geisteshaltung du auch zu dem Herrn Jesus Christus hast, was die Gottheit angeht. Die Frage, ist an König der Löwen gerichtet? Vielleicht kommt er mal hoch. Das wäre auch okay. Wie viel Follower hat er? Leider nur 548. Ab 400 kannst du hoch. Okay, dann schaue ich mal. König der Löwen sagt, Jesus sagt, dass Gott größer. Okay, das heißt, du hast uns jetzt die Antwort gegeben. Du glaubst also nicht, dass Jesus Gott ist. Das ist deine Antwort. Möchtest du trotzdem hochkommen? John, Ivan, ich schicke dir mal eine Einladung. So, und schwupps war er weg, oder? Ist er noch da? Ich weiß es nicht. König der Löwen, ich habe dir auf jeden Fall eine Einladung geschickt. Wenn du möchtest, nimm die Einladung an. Komm mal bitte kurz hoch. Vielleicht können wir darüber kurz reden. So, da ist er. König der Löwen. Gott segne dich erst mal. Hörst du uns? Gavi, hörst du mich? Ja. Okay. König der Löwen, nein, man hört dich nicht. Du solltest schon was sagen. Du musst schon was sagen. Ich gehe mal über das Handy. Okay. Dann gehe mal über das Handy. Ich tue dich jetzt mal runter. Jeschua child, ja. Darauf kann ich nur ein Ja und Amen sagen. So, er sagt jetzt. Jetzt ist er mit dem Handy drin. Okay. Dann holen wir ihn noch mal hoch. So, König der Löwen. Hallo, hört man mich? Jetzt hört man mich. Genau. Genau. Okay. Also, habe ich das jetzt richtig verstanden? Du glaubst nicht, dass Jesus Gott ist? Ich glaube, Jesus ist der Sohn Gottes. Okay, das glaube ich auch. Aber glaubst du auch, dass er Gott ist? Jesus selber sagt ja, dass Gott größer ist und dass nur Gott allein Gott ist. Es gibt Bibelstellen ja auch. Okay, okay. Ja, vielleicht ist es... Jesaja 35, 3 bis 6. Genau. Das lesen wir jetzt zusammen. Jesaja 35, 3 bis 6. Das ist eine sehr gute Stelle. Ich lese mal vor, König der Löwen. Und danach kannst du natürlich überlegen. Stärkt die schlaff gewordenen Hände und macht fest die strauchelnden Knie. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des stummen Lob singen. Ich kenne die Stelle. Ich kenne alle Stellen. Du kennst alle Stellen sogar. Ich kenne das ganze Wort. Was steht denn dann in Vers 4? Was steht denn, genau. Was steht im Vers 4? Da steht doch ganz klar, er selbst wird kommen und euch retten. Richtig? Wir können was deutlicheres finden. Also in Offenbarung. Das ist andeutiger. Wie wäre es, wenn wir das mal vorlesen? Gottes Thron. Offenbarung 4. Was sagst du denn zu diesem Vers, dass er selbst kommen wird? Er selbst wird kommen. Ja, also man kann ja auch Gott widerspiegeln. Wenn Gott in uns zu sehen ist, ist das ja auch Gott, wenn wir den Willen des Vaters tun. So wie Jesus sagt, wer den Willen meines Vaters tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Das hat er ja auch gesagt. Ja, aber wir sind ja nicht Gott. Wir sind Menschen, die ja Rettung brauchen. Aber hier steht ganz klar, Gott selbst kommt und wird euch retten. Ja, das ist, muss man gucken, mit welchen Stellen man das belegt. Weil Jesus selber sagt ja auch, wenn ihr mich seht und ihr das Wort weitergebt, was ich von Vater gehört habe, von Gott gehört habe und ihr das auch tut, dann sieht man auch in euch Gott. Das muss man nur richtig verstehen. Also wenn wir aber Kapitel 4 von Offenbarung lesen, da geht es um Gottes Thron, da wird nur von Gott gesprochen und in Kapitel 5 wird dann vom Lamm gesprochen. Da sieht man eindeutig, wie Gott auch Jesus erhöht, weil er hat das größte Werk vollbracht, weil er sein Sohn Gottes, der einzig geborene Sohn Gottes. Also Okay, okay, okay. Die zweite Wende wäre Matthäus 11, 2 bis 6. Genau. Das wollte ich gerade dazu lesen. Und zwar Ich leugne, dass Jesus sagt, Gott ist größer. Er sagt es ja selbst, Jesus Christus. Okay, König der Löwen. König der Löwen. Hast du schon mal was von der Zwei-Naturen-Lehre gehört? Ja, aber Jesus sagt ja ganz klipp und klar selber, wir können das Schriftwort ja nicht verdrehen. Er sagt, Gott ist größer. Also Gott ist auf jeden Fall nicht. hast du schon mal was von der Zwei-Naturen-Lehre gehört? Weiß ich nicht genau, was du jetzt meinst mit dieser binitaren Gottheit, oder was? Weil du sagst die ganze Zeit, Gott ist größer, Gott ist größer. Bist du Zeuge Jehova? Nein, ich bin Baptist aufgewachsen. Okay, da steht nirgendwo, dass Gott größer ist, sondern er sagt, dass der Vater größer ist. Wir können es ja noch mal durchlesen, Johannes 14, 8. Ja, da steht, dass der Vater größer ist. Also da steht, Gott ist größer, wir können ja lesen, Vater ist ja auch Gott, er sagt es. Ja, und hast du schon mal was von der Trinität gehört? Natürlich, ich bin aufgewachsen und bin in meinem Land Christ. Okay, du bist ein Leben lang Christ, du bist ein Leben lang Christ, aber du hast nie gemerkt, dass Jesus Gott ist. Jesus ist nicht Gott, Jesus ist der Sohn Gottes, das steht auch geschrieben, wer Gott, Jesus als Gottes Sohn nicht anerkennt, kann den Vater nicht kennenlernen. Okay. Wir werden Gott nicht sehen, wenn wir Jesus Christus nicht als Sohn Gottes erkennen. Warte mal, warte mal, warte mal, ist der Sohn Gottes ewig? Ja. Also, danke schön, jetzt hast du bewiesen, dass Jesus Gott ist. Nein, das ist nicht so, wie du das denkst. Das ist nicht so. Du verstehst das, du verstehst das nicht, mein Lieber, du hast gerade selber zugegeben, dass Jesus, der Sohn Gottes, genauso ewiger Gott ist wie der Vater. Weil er ihn erhöht hat, er hat ihn doch erhöht, das steht auch geschrieben, dass er ihn zu seiner Rechten erhöht hat. Das können wir durch eine Verbarung auch lesen. Ihr habt das gestern selbst auch gelesen, seid drüber nicht gestolpt. Du hast gerade selber gesagt, dass der Sohn Gottes ewig ist und nur Gott ist ewig. Er hat ihm doch die Macht dazu gegeben, da steht alles in, sollen wir mal das lesen? Nicht die Macht, nicht die Macht. Ich weiß, dass er ihm die Macht gegeben hat, aber er hat ihm nicht die Macht gegeben, ewig zu sein. Du hast es gerade aus deinem eigenen Mund gesagt. Wir können ja mal Kapitel 4 lesen, damit es deutlich wird. Wenn wir Kapitel 4... Nee, zuerst Matthäus 11, 2 bis 6. Genau. Wir haben gerade Jesaja 35, wir haben Jesaja 35 gerade gelesen und jetzt lesen wir Matthäus 11. Ja, lest mal vor. Ab Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Verkündung verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Das ist der, der prophezeit wurde in Jesaja 35, dass Gott selbst kommen wird, um uns zu retten. Und genau die Sachen, die dort stehen, dass Gott selbst kommen wird und diese Wunder machen wird, sagt Jesus gerade über sich selbst. Jesus spricht ja auch, dass er uns das sagt, was er vom Vater hörte. Ja, richtig. Ja, also das ist doch auch ein klarer Punkt. Ja, also hast du bislang noch nicht genau erklärt bekommen, was die zwei Naturenlehre sind. Dass wir glauben, dass Jesus vollkommener Mensch ist und vollkommener Gott. Dann bezweifle ich nicht, dass er vollkommen alles gemacht hat, weil er bis aufs letzte Detail alles gemacht hat. Nicht vollkommen alles gemacht. Guck mal, du weichst wirklich schon zum fünften Mal von allen Aussagen aus. Ja, guck mal. Jesus ist vollkommener Mensch. Das heißt, er ist der einzige Mensch gewesen hier auf der Erde, der ohne Sünde war. Richtig? Ja, das ist klar. Das ist doch richtig. Okay. Er hat den ganzen Auftrag erfüllt von Gott. Er hat gesagt, er hat Gottes Auftrag erfüllt. Alles klar. So. Wäre der Mensch Jesus Christus ohne Geist, ohne einen Geist in sich, wäre er dann lebendig? Wäre der Körper lebendig ohne Geist? Einen Geist haben wir alle, ne? Ja, aber wären wir lebendig ohne Geist? Wir machen jetzt speziell auf Jesus. Wäre er ohne den Geist lebendig? Eine lebendige Seele? Keine, auch Jesus nicht. Der Atem Gottes in uns macht uns sehr lebendig. So. Und der Geist, der jetzt in dem Menschen Jesus Christus ist, ist doch der Vater, oder? Das ist ein Teil von Gott, ja. Das steht auch im Alten Testament geschrieben, in Sprüche und Prediger und so weiter. Dass, wenn wir sterben, dieser Geist zu Gott zurückgeht, auf jeden Fall zurückkehrt. Nee, nicht unser Geist. Da steht, dass der Vater in Jesus ist. Da kann man auch, ihr seht hier, 44, 1, 2 lesen. Ja, Gott ist ja auch in uns, oder nicht? Soll ja auch in uns leben. Durch Jesus Christus. Die Möglichkeit, durch die Brücke, die er uns gibt. Weil ohne Jesus können wir ja nicht zu Gott kommen. Also lebt Gott auch in uns, wenn wir es ermöglichen. Okay, aber hast du gelebt, ehe Abraham gelebt hat? Wie alt bist du jetzt? Ich bin 40. So, hast du vor Abraham gelebt? Ich weiß jetzt nicht, was du mit der Frage bezwecken willst, aber... Okay, ich sag's mal so. Wir beide, wir beide, oder alle, die jetzt hier, alle, die hier jetzt leben, gerade auf der Welt, haben nicht vor Abraham gelebt. Richtig? Vermutlich. Okay, warum sagt dann Jesus, warum sagt dann Jesus, dass er vor Abraham schon existiert hat? Jesus hat das erwähnt, ja, ist ja auch okay. Widersprechen muss ich ja nicht widersprechen. Prophet Eli hat ja auch vorher gelebt, ne? Nein. Oder Henoch zum Beispiel, der Prophet Henoch. Zeitlich davor gelebt, ja, aber Jesus ist nach Abraham geboren und hat gesagt, ehe Abraham war, bin ich. Ja, ich weiß, du willst mir sagen, dass er vorher war. Ich verneine das nicht, dass Jesus vorher da war. Darum geht's mir ja nicht. Wir können ja jetzt mal Offenbarung 4 lesen. Guck mal, Offenbarung 4 kenne ich, aber ich kann genauso gut dir sagen, dass der Sohn Gottes, das Lamm Gottes, auch auf dem Thron sitzt. Was machen wir jetzt? Ich dachte, nur Gott sitzt auf dem Thron. Also ich kann das genau herauslesen, dass das Lamm zum Thron, zum dem, der auf dem Thron sitzt. Also Gott ist ja keine Schizophrenie, ne? Also es ist eine Gestalt, Gott, der auf dem Thron sitzt. Darf irgendjemand anderes, zum Beispiel du oder ich oder die Schwester Gabi, auf dem Thron sitzen? Oder darf nur Gott auf dem Thron sitzen? Bestimmt nicht. Wir haben das Werk nicht vollbracht, das größte Werk. Genau. Jesus hat das größte Werk vollbracht. Darf jemand... Die eine Person hat ja geweint, weil es niemanden gab. Jetzt hat jemand von den Ältesten, 24 Ältesten gesagt, weine nicht, das hat jemand erfüllt. Okay. Darf jemand anderes, außer Gott, auf Gottes Thron sitzen? Weil das ist ja Gottes Thron. Nur der, der es mächtig war, das gemacht hat. Das ist nur Jesus erlaubt gewesen. Also ich kenne keine andere Person, die da sitzen dürfte. Ja, jetzt hast du wieder gesagt, dass Jesus Gott ist. Vielen Dank. Nein. Amen. Amen. Gott ist, es ist doch da, Jesus ist das Lamm. Er hat etwas erfüllt. Du musst es nur noch, du musst es nur noch mit dem Mund bekennen. Dann ist alles gut. Harut, Jesus, man liest es doch ganz eindeutig. Jesus sagt es doch auch. Pass auf, ich lese dir noch eine Stelle vorhin. Offenbarung 21, Offenbarung 21, 7 steht, Jesus sagt, wer überwindet, der wird, wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein. Wir wissen aber, dass die Bibel sich nicht widerspricht. Das weißt du, ne? Warte, ich zeige dir die Stelle. Damit du das mit deinem eigenen Testament in den Zehn Geboten geschrieben hast, es gibt nur einen Gott, neben mir gibt es keine Götter, ne? Das wissen wir. Ja, und dennoch präsentiert sich Gott aber als dreieinen Gott. Kann ich dir gleich zeigen. Guck mal hier. Er spiegelt das wieder als Einigkeit. Das ist was anderes, ne? Ja, genau. 21, Offenbarung 21, Vers 7, Jesus sagt, wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein? Steht hier Sohn Gottes sein? Welche Stelle war das nochmal? Ich muss das nochmal gucken, bei mir öffnen. Mein Lieber, ist das Koran, ist das Koran, was ich dir zeige? Oder ist das... Nur den Vers, weil ich will gucken, welche Übersetzung du hast, weil nicht alle Übersetzungen sind gut. Welche Übersetzungen hast du denn? Ich arbeite mit vielen Übersetzungen, aber einige Übersetzungen... Ja, welche? Welche liest du denn? Sag mir nur, mir ist egal welche, ich lese Hoffnung für alle gerade, ich kann Neues Leben lesen, ich kann Schlachter lesen. Ja, okay, das ist Schlachter, aber sag mal, welche du immer liest, dann zeige ich es dir aus der Übersetzung. Also Luther bin ich aufgewachsen. Welches? Welches? Mit der Alten, glaube ich, ich habe die jetzt nicht hier, meine Lieben. 1912. Ich weiß nicht, das Uralte, da ist richtig Altdeutsch noch, ich weiß nicht genau, welche. Ja, was denn? 1545? Oder was? Es steht da nicht drauf, ich konnte es nicht finden, ich benutze so eine Uralte Bibel, weil das, also, ich habe die in meinem Schlafzimmer liegen. Okay, okay, okay. Du kannst aber Hoffnung für alle nehmen, die ist okay. So. Ist das Offenbarung 27 oder was hast du mir da aufgenommen? Ja. Dann mache ich mal auf, Offenbarung 27. Ich mache jetzt gleichzeitig auch auf, Hoffnung für alle. 21, 7. So, pass auf, hier. Ja, da steht auch dasselbe. Ah, warte mal. Hoffnung für alle. Dong Dong, Ding Dong, Jesus sagt, er wird unser Gott sein, nicht der Sohn Gottes sein. Dup, 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 dup. Vorher sagt er sogar, allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Aber, warte mal, Gott wird den Durstigen das Wasser aus der Quelle schenken? Ich dachte, Jesus hat der Samariterin das Wasser gegeben und hat gesagt, ich bin das Wasser des Lebens. jetzt haben wir ein Problem, wenn er nur der Sohn Gottes ist, weil hier sagt Gott plötzlich, dass Gott selbst das Wasser ist. Ja, wir lesen aber im Kontext vorher, dass jetzt hier steht, er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und davor bei Vers 3 steht, eine gewaltige Stimme hört sich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein, er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Auf wen zeugt das denn? Du weißt doch, welche Stelle das ist. Das ist doch schon in der Ewigkeit. Hier, neue Himmel und der neue Erde. Jesus sagt, dass er unser Gott sein wird. Das steht auch in Johannes 1. Ihr habt jetzt dann auch geschrieben, dass wenn alles Jesus zu Füßen gelegt wird, Jesus die Macht Gott wieder zurückgibt. Das ist die Dreieinigkeit. Das ist ein anderes Thema. Ja, er gibt ihm ja dann danach, wenn er das alles gemacht hat und Gott, Jesus alles zu Füßen gelegt hat, wird Gott ja auch selbst wirken. Und ich denke mal, hier ist von Gott gesprochen, nicht von Jesus. Hier ist von Jesus gesprochen. Weil er sagt ja selbst, es ist geschehen, ich bin das A und das O. Und Jesus sagt doch in Offenbarung 1, dass er das Alpha und das Omega ist, der Allmächtige. Wenn wir Kapitel 4 sprechen, von dem, der auf dem Thron sitzt, da wird auch das A und O gewonnen. Und da wird das von Gott gesprochen. Guck mal, das Ding ist, das Ding ist, ja, das Ding ist, wenn du, guck mal, wenn du von Vater, Sohn und von Heiligem Geist redest, dann gehen wir in das Thema Trinität rein. Wenn wir aber jetzt nur von Jesus reden, von dem Lamm Gottes, dann bleiben wir innerhalb der Trinität bei der einen Person Gottes. Du darfst das nicht vermischen. Aber 21 ist schon nach allem, was passiert ist, wenn Gott zuletzt zu uns kommt. Da ist schon die Rache, Zorn, Posaun, alles schon vorbei. Das ist jetzt explizit von Gott geschrieben. Da ist Jesus, sein Auftrag, alles, was er hat schon erfüllt, ist schon vorbei. Auch das, was ihm zu Füßen geworfen wurde und den Sieg hat er schon dann errungen. Da ist alles schon vorbei. Warte kurz, warte kurz. Ich weiß, dass es da vorbei ist, aber du hast gerade eben selber gesagt, dass das Lamm Gottes dann zum Thron gebracht wird und auf dem Thron sitzt, richtig? Das sitzt nicht auf dem Thron, steht nicht geschrieben, dass es auf dem Thron sitzt. Hä? Es steht geschrieben, es kommt zum Thron und bekommt das Siegel. Okay, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, ich zeige es dir, damit du das siehst. So, wir lesen jetzt erstmal für dich Offenbarung 4. Ja, das ist Offenbarung 4, bin ich auch okay. Das ist alles, was von Gott auf dem Thron sitzt. Heilig ist der Allmächtige Gott, der schon immer war, der heute ist und so weiter. So, welchen Vers möchtest du haben? Du meinst hier, umso gleich war ich im Geist und siehe ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer? Der ganze Kapitel ist wichtig, wenn man das begreifen möchte. Ja, okay, aber das ist einer. Okay, wo möchtest du jetzt lesen? Möchtest du jetzt? Alles wird von Gott beschrieben, wie der ist, wie die vier Ältesten sitzen daneben und so weiter, die Engel, die daneben, Seraphine und so weiter. Ja, okay. Elf steht dich unserem Herr und Gott beten wir an, du bist allein, bist würdig, Erde und Rund zu empfangen. Und so weiter. Denn du hast alles erschaffen. Nach dem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Das ist erst mal Fakt. Das alles, was ist nach Gottes Willen entstanden, auch der Plan mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und dann im nächsten Kapitel, wenn wir aufmachen, dann lesen wir, also in 5 fängt das an. Ich sah, ich sah, dass der Thron, dass auf dem Thron in seiner rechten Hand eine Schriftrolle hielt. Ja. Und dass der, innen und außen beschrieben, mit sieben Siegeln verschlossen. Und dann gab es mächtige Engel, die lauter Stimme riefen, wer ist würdig, diese Siegel aufzubrechen. Ja. Es war niemand da, der das öffnen könnte. Und so weiter. Ich sage es kurz mit meinen eigenen Worten, aber ich denke mir, wir haben es alles schon mal gelesen. Und dann fing der eine, also Johannes war das, fing an zu weinen. Und dann sagt er. Guck mal, ich zeige dir die Stelle. Ich zeige dir die Stelle, damit das nicht so lange geht. Guck mal, es kommt hier, ab Vers 6. Und ich sah und sie in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm. Das ist das, was du meintest. Wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welches die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind, über die ganzen Ende. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Okay, alles gut. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Ja, das ist jetzt okay. Ja, aber wenn er nicht Gott ist, dann ist das Götzendienst, oder nicht? Er hat ihn ja jetzt erhöht. Das ist ja logisch. Zu was erhöht? Zu was erhöht? Er hat ja ein Werk vollbracht nach Gott im Auftrag. Warum beten die lebendigen Wesen und 24 Ältesten jemanden an, der nicht Gott ist? Ist das nicht Götzendienst? Also, ich verstehe, dass das nicht falsch ist. Er hat ja etwas erfüllt, nachdem Gott ihn auch erhöht hat. Das lesen wir auch in den Paulusbriefen und auch in anderen Briefen, dass Gott ihn erhöht hat zu seiner Rechten. Zu was erhöht? Zu jemandem, den man anbeten soll, obwohl er nicht Gott ist? Er ist doch so ein Gott ist. Aber er ist nicht Gott, nach deiner Meinung. Also darf man ihn nicht anbeten. Genauso wie Johannes. Zweimal in der Offenbarung fällt er vor einem Engel nieder. Und der Engel sagt, stopp, stopp, stopp. Nur Gott allein muss man anbeten. Aber hier wird er angebetet. Und jetzt pass mal auf. Du hast gesagt, dass das Lamm Gottes nicht auf dem Thron sitzt. Offenbarung 7. Lesen wir mal Offenbarung 7. Vers 17. Denn das Lamm, das inmitten des Throns ist. Also du willst mir sagen, es gab auch nur einen Sohn Gottes dann sozusagen vor dieser Zeit. Ist das gerade dein Ernst? Ja, ich kann euch eine Stelle liefern dann, weil ich will nur, damit ihr das richtig versteht, weil öffnen wir mal, hier mit 38, 7. Guck mal, warum springen wir jetzt hin und her? Ich habe dir jetzt gezeigt, dass das Lamm angebetet wird. Du hast gesagt, ich will dir helfen. Warte, warte kurz. Warte kurz. Du hast gesagt, das Lamm ist nicht auf dem Thron. Dann bin ich mit ihm mitgegangen. Ich habe dir aber gezeigt, dass er angebetet wird. Dann habe ich dir jetzt gezeigt, es ging um Sitzen. Ich kann dich da nicht reden. Als Host. Ich darf als Host nicht reden? Du sitzt. Verstehst du? Du hast jetzt vom Sitzen. Ich wusste, dass der da in diesem Text steht, dass da nicht Sitzen steht, weil ich weiß, dass er stand. Er geht von mitten auf den Tisch. Aber er ist inmitten des Thrones. Was macht er denn da? Genau. Er ist aus Gott gekommen, weil wir sind alle aus Gott gekommen und so weiter. Es gibt so Stellen, die das auch belegen. Okay. Okay. Aber trotzdem ist er inmitten des Thrones. und da steht, er wird sie weiden zu lebendigen Wasserquellen. Das ist ja auch sein Auftrag gewesen. Er hat diese Macht dazu bekommen. Wenn Jesus nicht den Vermittler, die Brücke geschwilderte, werden wir alle verloren. Alles gut. Ich zeige dir noch eine Stelle jetzt. Wenn ich dir zeige, wenn ich dir zeige, dass Gott der allmächtige Tempel und Lamm genannt wird, nimmst du dann Jesus als deinen Gott an. Ich zeige es dir. Pass auf. Jesus ist mein Erlöser. Er ist der Sohn Gottes. Warte. Ich zeige es dir. Guck mal hier. Lies mal bitte ganz langsam mit. Und einen Tempel sah ich, nicht in ihr, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Ja. Willst du mir sagen, dass Jesus und Gott eine und die selbe Person sind? Sag mir das jetzt mal mit ja oder nein, so wie ich beantworten musste. Sind das eine und dieselbe Person? Ich kann ja das selbe Spiel spielen, wie du mit mir jetzt so sagen. Du verstehst mich schon sehr gut, glaube ich. Also ich glaube, jetzt willst du auf die Trinität, aber ich habe es dir trotzdem bewiesen, dass Gott der Allmächtige der Tempel und das Lamm ist. Fakt. Hier gibt es kein Rauskommen mehr. Du kannst hier nicht mehr rauskommen. Ja, ist okay. Ist okay. Lassen wir das erstmal stehen. Ich komme gleich noch weiter. Aber du hast mir eine Frage gestellt. Ich stelle jetzt auch eine Frage. Ist Jesus Christus und Gott ein und dieselbe Person? Also wir glauben, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist drei Personen sind, aber ein Wesen und zwar Gott. Und hier steht, dass das Lamm, also die zweite Person Gottes in der Gottheit, der Sohn Gottes gleichzeitig Gott, der Allmächtige ist. Ein Wesen bedeutet ja dann, wieso sind da zwei Wesen? Einer, der auf dem Thron sitzt und einmal das Lamm. Das sind ja aber eindeutig zwei Wesen. Nein, zwei Personen. Die Antwort habe ich dir jetzt gegeben, aber vergiss nicht, mein Lieber, hier steht, Personen unterschiedliche Sachen sind, also ein Wesen und eine Person, das ist doch... Der Vater, der Vater ist Gott, der Allmächtige, das Lamm ist Gott, der Allmächtige und der Heilige Geist ist Gott, der Allmächtige und das steht hier. Hier kommt man nicht mehr raus. Hier ist Game Over. Gott, der Allmächtige ist ihr Tempel und das Lamm. Ich sehe das ja, dass die eins sind in der Sache, dass die das denselben Willen geben, aber die können nicht ein und das Lamm, weil Gott ist ja größer. Du siehst doch, dass Jesus das gesagt hat. Er steht hier, er steht hier, Gott, der Allmächtige. Denn der Herr, Gott, der Allmächtige ist ihr Tempel und das Lamm. Du benutzt Schlachter, ne? Das ist jetzt, 5,22 bis durch. Cool, lese das mal durch. Offenbarung 21, 22. 21, 22. Es gibt die Übersetzung, du weißt ja, dass die alle unterschiedlich sind, ne? Von mir aus können wir auch Griechisch lesen, weil dann kann keiner mehr sagen, ja, lass uns mal die Ursprache lesen. So, 21, 22. Ja. Also bei mir steht das so, nirgendwo in der Stadt sah ich einen Tempel. Ihr Tempel ist der Herr selbst, der Allmächtige Gott und mit ihm das Lamm. Verstehst du, was ich meine? Was ist das für eine Übersetzung? Hoffnung für alle zum Beispiel. Das bin ich mir sicher, dass das an den Übersetzungen scheitert. Okay. Deswegen, genau aus diesem Grund lese ich nie Hoffnung für alle, weil es den Sinn komplett, komplett wegnimmt. Deswegen gehe ich auf eine Knackstelle, hier auf 38,7. Und da können wir in allen Übersetzungen lesen, wir werden immer dasselbe verstehen, dass es, weil da wirst du was lesen, was dich vielleicht ein bisschen erschreckt, aber du wirst dann sehen, Gottes Söhne, wirst du das Wort lesen. Ja, Gottes Söhne wurden viele genannt, auch die Richter Israels, auch Moses wurde als Gott eingesetzt. Aus dem Kontext wirst du ganz klipp und klar erkennen, was damit gemeint ist. Also hier, hier ob 38,7. Ich kann dir sagen, ich bin damit aufgewachsen, ich kenne wirklich die Schrift nicht schlecht, sage ich mal. Warte kurz, warte kurz, bevor wir das lesen, weil das hat eine andere Bedeutung. Wir lesen jetzt den Urtext, damit da auch, damit du die Hoffnung für alle Übersetzungen sozusagen weglegen kannst, ein für alle Mal. Ich benutze die nur hier im Internet, deswegen. Ich weiß, ich weiß, das benutzen viele, um die Gottheit zu verdrehen. Ich kenne es. Wir können die auch im Schlachter lesen, ist das egal, in welcher. Wort für Wort, Wort für Wort, Wort für Wort, Kai und war auf Tempel und, und, und. Kannst den Satz weitergehen. Hier wird er ganz gesagt, ich sah ihn, den Herrn, Kyrios, den Herrn. Und das ist Gott, der Allmächtige, Theos Hoh Panto Krator. Und? Ja? Ich habe das auch aus dem Hebräischen gelesen. Ich weiß, dass das und das Lamm steht. Deswegen, ich glaube, was du mir sagen willst. Es ist halt der Richtige. Er ist das Tempel, von ihm, und das Lamm. Ist der Allmächtige Gottes. Richtig. Und das Lamm. Und mit ihm das Lamm halt. Das ist halt klipp und klar. Das steht da nicht. Das steht nicht und mit ihm das Lamm. Das hast du jetzt da reingepackt, damit du nicht Jesus als Gott anerkennst. Auch das Hebräische gelesen. ich hatte das Hebräische Bibel. Ich habe das auch alles überprüft. Und es ist halt so, dass das, wie in der, wir können jetzt mal hier auf 38. In Hebräisch, also, da steht da nicht, du hast das da rein interpretiert, hier steht ganz klar, dass das Lamm und der Tempel der Gott der Allmächtige ist. Du hast die Griechische jetzt, ne? Das Neue Testament ist auf Griechisch. Ja, es gibt auch Hebräisch. Willst du uns sagen, dass das auf Hebräisch in den Urmanuskripten ist? Nein, also, wir müssen in dem Urmanuskript noch im Griechischen bleiben. So, und da steht ganz klar, das Neue Testament ist ganz klar im Hebräischen noch. Ja, aber die Urmanuskripte sind Griechisch und da steht ganz klar, dass Gott der Allmächtige der Tempel und das Lamm ist. Also, ich glaube, in drei Sprachen wird das geschieben. Was steht bei Jesus auf der Kreuzung? Das steht in drei Sprachen. Trotzdem steht dort auf Griechisch das Gott der Allmächtige Tempel und das Lamm ist. Hier ist Game Over. Du kannst das nicht mehr weg argumentieren. Jesus ist Gott. Die griechische Variante ist aber noch nicht die, die Jesus gesprochen hat, ne? Das ist doch total egal. Ja. Es wurde doch auf Griechisch aufgeschrieben. Aufstehende aufgeschrieben, aber die, die mit Jesus folgten, die haben eine hebräische Schriftbevorzugung geschrieben. Es wurde auf Griechisch verfasst, mein Lieber. Von anderen Menschen später. Das ist mir klar. Aber zuvor haben die Jünger und alle auch alles auf Hebräisch gesprochen und Hebräisch erzählt. Und wenn man das dann ins Griechisch übersetzt, kann ein Übersetzungsfehler passieren. Aber lesen wir mal mit einem Hiob 38,7. Da kannst du es in allen Übersetzungen versuchen zu lesen, auch in deiner. Dann können wir das, wie du das benutztest, dass das Gottes Söhne jubelten vor Freude. Und da kannst du dann erklären, wie du willst, was damit gemeint ist, Gottes Söhne. Guck mal, ich weiß, du bist sehr, sehr verwirrt, deswegen springst du hin und her. Du verstehst das nicht richtig. Guck mal, der Einzige, der das nicht richtig versteht, ist, dass du leugnest, obwohl die Juden, pass auf, hör genau zu jetzt bitte. Ist das richtig, glaub mir. Nein, du verstehst das nicht richtig. Nein, wenn du Jesus nicht als deinen Gott hast, hast du keinen Gott. Und jetzt hörst du. Hör zu bitte. Hör zu bitte. Hör zu bitte. Und sich behaupten, dass er Gott ist. Er sagt sogar in einem Satz, der Führer zu bitte. Hör zu bitte. Sonst muss ich dich, guck mal, ich stumme dich jetzt, weil du hörst nicht zu. Du kannst dich gleich entstummen. Guck mal, als Jesus zwei oder dreimal gesagt hat, ja, wir wissen ja, dass du kein Christ bist, ja, aber wir wollen, dass du Christ wirst und Jesus als deinen Gott annimmst. Wir wollen dich ja nicht wegschmeißen hier. Da steht ganz klar, dass die Juden ihn steinigen wollten, weil er sich zu Gott gemacht hat. Ja, und die Juden haben das erkannt, dass er sich zu Gott macht. Die haben gesagt, ähm, nicht wegen deiner guten Werke wollen wir dich steinigen, sondern weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Hast du jetzt zugehört, wenigstens? Dann kannst du dich entstummen. Du musst unten auf dein Mikrofon klicken, auf deinem Handy, da kannst du weiterreden. Aber du kannst doch nicht sagen, dass ich kein Christ bin. Das ist doch eine Lüge. Das ist doch verboten, sowas zu machen. Ich kann doch auch nicht behaupten, dass du jetzt kein Christ bist oder so. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Du kannst doch den Heiligen davon machen. Pass auf. Zeugen Jehovas sind für mich auch keine Christen. Ist mir egal, ich habe mit Zeugen Jehovas nichts zu tun. Mir ist das auch egal. Ich sage es dir nur. Ich sage es dir nur. Und Unitarier sind auch keine Christen. Und Leute, die die Gottheit des Herrn Jesus Christus nicht akzeptieren, sind keine Christen. Wenn Jesus Christus nicht annimmt, kann nicht zu Gott kommen. Ganz einfach so. Fertig. Das ist Punkt. Das ist klar. Ohne Jesus Christus können wir gar nicht zu Gott kommen. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht mal erkennen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist so stets geschrieben. Und du willst den Heiligen Geist haben? Der Heilige Geist sagt uns, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Sonst würden wir Gott... Nein. Nein. Schrieben. Nein. Johannes 1, Abvers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Mannes, des Gleiches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Bist du aus Gott geboren, von oben? Nach dem, was du von dir gibst. Trifft dann nicht zu? Wollt ihr mir sagen, dass diese Stelle gibt es nicht, wo geschrieben steht, dass der Heilige Geist uns öffnet, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist? Wollt ihr mir das gerade sagen? Antworte bitte auf die Frage, bist du von Gott gezeugt worden, ja oder nein? Siehst du? Bei den ganz schweren Fragen antwortest du nicht, weil du genau weißt, dass wir dich haben. Und wir wollen aber, dass du Jesus anbetest, weil... Ich bete zu dich, also du kannst mir nicht unterstellen, dass Jesus Christus nicht mein Erlöser ist. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Okay, betest du Jesus an als Gott? Nein. Okay, soll ich dir jetzt Stellen zeigen, wo Jesus angebetet wurde? Nicht verehren, anbeten. Ich zeige es dir. Ich will eine Stelle zeigen, wo ich... Warte kurz. Matthäus 28, 17 Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, vor Jesus. Etliche aber zweifelten. Das bist du, du bist dieser Zweifler. Oder in Lukas 24, 52 Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Genauso wie Johannes 9, 38. Hier. Es wird über den Sohn Gottes geredet. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten und als er ihn fand, sprach er zu ihm, Glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, Wer ist das Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm, Du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Bis hierhin ist okay. Bis hierhin glaubst du auch, dass es der Sohn Gottes ist. Aber guck mal, was er gemacht hat. Er aber sprach, Ich glaube Herr und fiel anbetend vor ihm nieder. Jetzt haben wir hier einen, dann haben wir dort einen, dann haben wir hier einen und im Matthäusevangelium Kapitel 1 haben wir sogar die drei Weisen, die ihn als Baby sogar angebetet haben, plus die 24 Ältesten, die das Lamm angebetet haben. Aber der Einzige, der ihn nicht anbeten will, ist jemand hier aus TikTok. Ihr habt mir gerade gesagt, als ich gesagt habe, der Heilige Geist öffnet unsere Herzen, also er öffnet, ermöglicht überhaupt, dass wir Jesus Christus als Sohn Gottes erkennen können. Das ist nur möglich, wenn der Heilige Geist das öffnet. Steht so geschrieben. Soll ich euch das vorlesen? Okay, ich möchte nicht darauf eingehen. Ich zeige dir noch eine Stelle. Ich habe mir gesagt, dass das nicht richtig ist. Ihr habt etwas gesagt, was nicht richtig ist und ich sage euch, dass es aber so steht. Okay. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht erkennen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Das ist nicht möglich. Pass auf, pass auf. Deswegen, wie könnt ihr dann erkennen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, ohne dass der Heilige Geist das öffnet? Also hat das mir geöffnet und euch geöffnet ist. Also ich sage dir mal so, nur der, der den Heiligen Geist hat, kann auch sagen, mein Herr ist Jesus Christus. Kannst du das sagen, dass dein Herr und Gott Jesus Christus ist? Ich will das aus deinem Mund hören, dass du sagst, mein Herr ist Jesus. Mein Herr ist Jesus. Siehst du? Das kann ich sagen. Siehst du? Aber ich kann nicht sagen, dass er mein Gott ist. Das ist, du hast gerade gesagt, dass er dein Herr ist. Das heißt, dass er dein Gott ist. Ja, das ist, das ist Unterschied für mich, muss ich dir ehrlich sagen. Nein, guck mal, Thomas hat es doch auch gesagt. Mein Herr und mein Gott. Also hat es schon im Alten Testament auch David gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn. Das ist richtig, richtig. Aber ich, aber Herr ist für mich nicht Gott. Also Gott, das Wort, also möchte ich. Also Jesus konnte ja ohne den, hat ja den Heiligen Geist befolgt und Gottes Wort befolgt. Was hat Thomas zu Jesus gesagt? Was hat Thomas zu Jesus gesagt? Lies mal bitte vor. Was er gesagt hat. Ich weiß, was er gesagt hat. Ja, aber lies mal bitte vor. Lies mal bitte vor. Mein Gott hat er dann gesagt, das willst du wissen. Also, warum überlegst du noch? Das hat er gesagt, aber man muss auch gucken, wie Jesus dann geantwortet hat und so weiter. Er hat gesagt, du glaubst. Er hat gesagt, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Du glaubst das. Er hat nicht gesagt, ich korrigiere dich. Ja, das verstehe ich auch, aber ich verstehe diesen Prinzip auch, weil Jesus hat auch gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Mein Lieber, guck mal, wenn Jesus nicht Gott wäre, was er gibt, er tut ja den Willen, aber Sie sind ja auch eins. Mein Lieber, wenn Jesus nicht Gott wäre, wenn er nicht Gott gewesen wäre, meinst du nicht, er hätte sagen müssen, nein, Thomas, ich bin nicht Gott? Warum? Er sieht ihn ja. Er hat doch vorher auch erklärt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nein, nein, wenn er nicht Gott gewesen wäre, guck mal, ich komme jetzt zu dir, ich komme jetzt zu dir und sage, König der Löwen, du bist Gott. Was sagst du dann? Ich bin nicht Gott, natürlich nicht. Natürlich nicht. Richtig, richtig, und meinst du Gott, meinst du Jesus, der selbst die Wahrheit ist, lässt ihn einfach so im Stich? Wenn er nicht Gott ist, hätte er doch sagen müssen, nein, ich bin nicht Gott. Er hat ja den Willen des Vaters vollkommen getan, es gibt einen bestimmten Auftrag, den Jesus hat. Du willst nie antworten. Du willst nie antworten. Du verstehst du das, weil ich verstehe? Du willst nie antworten, mein Lieber. Aber du kannst doch nicht sagen, was Jesus gesagt hat, er sagt, Gott ist größer als ich. Also was willst du damit dann sagen? was sagt, erklär mir. Ja, das erklären wir dir ja die ganze Zeit. Er war ja vollkommener Mensch und als Mensch hat er natürlich gesagt, dass der Vater größer ist. Natürlich. Ja, dann liest du hier ob 38,7, da steht von Gottes Söhne gesprochen, ganz egal welche. Wie Gottes Söhne sind Engel im Dienst unseres Herrn. Ich lese mal eben Ezekiel 44,1 und 2. Und er führte mich wieder zurück auf den Weg zum großen Tor des Heiligtums, das nach Osten zieht und es war verschlossen. Da sprach der Herr zu mir, dieses Tor soll verschlossen bleiben und nicht geöffnet werden und niemand soll durch es hineingehen, weil der Herr, der Gott Israels, durch es hineingegangen ist. Darum soll es verschlossen bleiben. Wer zog denn auf einen Eselreiten in Jerusalem ein, Jesus? Richtig. Und warum ist das Tor verschlossen? Ich gebe noch eine Gründe, in der Offenbarung steht es noch mal deutlich, dass... Jetzt komm nicht wieder mit der Offenbarung. Leute, es ist, Jesus sagt es eindeutig, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Du nennst dich mal Christ, bist aber keiner. Der Taufschein macht einen nicht nur Christen. Jesus sagt... Ich war auch 55 Jahre im Besitz eines Taufscheines, aber ich war alles andere als ein Christ. Jesus sagt es doch deutlich, was gibt es da noch nicht zu verstehen? Das ist die Dreieinigkeit, mein Lieber. Das ist die Dreieinigkeit, mein Lieber, guck mal jetzt. ...eines Willens sind, so eins, eins... Die haben auch den einen Willen, haben sie auch. Pass auf, guck mal, ich gebe dir noch einen. Hast du Kinder? Hast du Kinder? Guck mal, bitte, lass uns noch mal bei der Schrift bleiben. Guck mal. Du kennst doch an vielen Stellen, du kennst doch an vielen Stellen, ich kann dir viele Ställe raussuchen, wo Gott Fels genannt wird. Richtig? Fels. Ja. So, wir lesen jetzt. Gelobt sei der Herr, in Psalm 144, David sagt das, zu dem Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Gelobt sei der Herr, mein Fels, der meine Hände geschickt macht zum Kampf, meine Finger zum Krieg. Gott wird mein Fels genannt. Und in 1. Korinther 10 lesen wir, sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer, und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Jesus Christus. Der Fels ist Jesus und hier wird der Fels Gott genannt. David sagt, das ist er. Und wo er dann sagt, in Psalm 45, können wir nochmal lesen gemeinsam. Vers 8 Du liebst die Gerechtigkeit und hast die Gesetzlosigkeit. Darum hat dich, oh Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl. Davon ist ja die Dreieinigkeit die Rede. Ich kann dir noch eine Stelle zeigen, wo wir von der Trinität hören, wo Gott selber von sich spricht aus dieser Sicht der Trinität. Und zwar in Jesaja 48. So, da lesen wir ganz klar die Trinität. Hier, Vers 16. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Seitdem es geschehen ist, bin ich da. Jesus sagt ganz oft zu sich selbst im Neuen Testament, ehe Abraham war, bin ich. Oder wenn ihr nicht seht, dass ich es bin. Das ist Jesus. Seitdem es geschehen ist, bin ich da. Und nun hat mich Gott, der Herr, also der Vater, und sein Geist gesandt. Jesus sagt das. Jesus sagt, seitdem es geschehen ist, bin ich da. Und nun hat mich Gott, der Vater, und sein Heiliger Geist gesandt. Wieder drei. Jesus, der Vater, und der Heilige Geist. Plus, dass er selbst der Felsen ist. Im Psalm 144, Gott ist nur der Fels. Hier steht geschrieben, dass Jesus der Fels ist. Die Ältesten beten ihn an. Thomas sagt Gott zu ihm. Er ist inmitten des Thrones. Er wird unser Gott sein. In Zacharias 12, Vers 10 lesen wir gemeinsam nochmal. Aber wessen Willen hat denn Jesus erfüllt? Seinen oder den des Gottes? Er hat den Willen des Vaters erfüllt, weil das derselbe Wille ist. Er und der Vater hatten denselben Willen. Pass auf hier, Zacharias 12, 10. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Du sagst also, dass Jesus denselben Willen hat wie der Vater? Natürlich. Ich liefere dir eine Stelle. Bist du dann einverstanden? Guck mal. Lass uns jetzt erstmal hierbleiben. Ich bin noch nicht fertig. Es ist mein Wille geschehen, sondern dein Wille geschehe. Ja, natürlich sein Wille, weil es der identische Wille ist. Er sagt ja, dass der Wille des Vaters geschehen soll. Er wollte, dass der Kälte an den Korb rüber geht, hat er gebetet. Ja, weil er doch, mein Lieber, war er Mensch auch gleichzeitig oder nicht? Er hatte einen eigenen Willen. Verstehst du das? Nein, er war auch gleichzeitig Mensch. Er konnte nicht noch mehr stellen. Nein, er war auch gleichzeitig Mensch. Aber der göttliche Wille ist derselbe, weil der Vater in ihm wohnt. Es geht darum, dass er Gottes Willen erfüllt hat, nicht sein Willen. Pass auf. Pass auf. Ich weiß, es ist schwer zu verstehen. Du bist kurz davor. Guck mal, hier steht, und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Wie kann Gott aus dem Alten Testament sagen, dass er durchstochen wird? Erklär mir. Gott sagt, und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. In Zacharia 12. Meinst du nicht, da sind Leute zu Zacharia gegangen und haben gesagt, was redest du? Ja, aber weißt du, was das ist? Das ist doch das, was hier ist gesagt, wer mich, wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist doch das. Perfekt. Perfekt. Aber hier sagt Gott, hier sagt Gott, und sie werden auf mich sehen, den sie gestochen haben. Aber das ist ja auch was, was die anderen Menschen, die nicht an Gott glauben, in uns sehen sollen. Die sollen Gott in uns sehen. Also wenn wir den Willen... Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Hier ist von der Kreuzigung die Rede. Aber damals wussten die Menschen nicht, dass er Mensch wird, dass Gott Mensch wird. Wussten sie nicht. Ich verstanden, weil es geht ja auch darum, wenn wir den Willen des Vaters tun, wir sollen ja den Willen des Vaters tun. Mein Lieber, mein Lieber, du suchst die ganze Zeit nach Auswegen. Bitte antworte jetzt. Wieso sagt Gott hier über sich selbst, und sie werden auf mich sehen, den sie durchstocken haben? Antworte bitte. Wie Jesus sagte, wenn sie ihn sehen... Nein, hier sagt nicht Jesus. Hier sagt nicht Jesus. Hier spricht der Vater, richtig? Ja, er spricht so, wenn wir seinen Sohn sehen, den er gesandt hat, der für uns gestorben ist, dann werden sie uns sehen, weil er das die Gnade, die Liebe ist. Hier steht aber, sie werden auf mich sehen. Wer ist dieses mich? Er hat seinen Sohn geschickt, hat auch vom Himmel gesprochen, als bei der Taufe. Das ist mein einzig geboren. Wer redet hier? Wer redet hier? Wer redet zu dem Propheten Zacharia? Wer hat ihm diese Prophetie gegeben? Da spricht Jesus vermutlich. Bravo! Gott redet zu Zacharia. Bravo! Jesus hat ihm die Prophetie gegeben. Bravo! Der Herr sprach zu meinem Herrn. Also es gibt noch jemanden. Ja, hervorragend. Ja, das ist ja kein Mensch, das ist ja auch nicht falsch. Jesus hat ihm sich auch da gewesen. Juhu! Aber es ändert nichts, die Stelle der Herr sprach zu meinem Herrn. Also Gott ist nochmal über Jesus. Hahaha! Leute, alle applaudieren. Er hat gesagt, hier spricht Jesus, genau. Jesus hat Zacharia die Prophetie gegeben. Alle applaudieren bitte. Juhu! Ja, das verstehe ich, du hast mich nicht verstanden, das verstehe ich ja schon die ganze Zeit. Das ist ja nicht das Fakt. Es ändert aber nichts daran, Harut, dass Gott größer ist als Jesus. Ändert nichts daran. Egal wie man das dreht. Und wenn wir von Barung Kapitel 1, 1 Vers lesen, da steht geschrieben, in diesem Buch enthüllt Jesus Christus die Zukunft. Gott gab ihm den Auftrag, seinen Dienern zu zeigen, was nach Gottes Willen schon bald geschehen muss. Okay, ich habe alles versucht. Er bezeugt, was er gesagt hat. Alle anderen Stellen, die ich dir gerade gezeigt habe, die tust du weg und du holst nur die Stellen raus. Was macht denn, guck mal, ein Moslem macht genau dasselbe wie du. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen dir und dem Moslem? Außer, dass du glaubst, dass er der Sohn Gottes ist. Sohn Gottes. Er steht ja auch geschrieben. Wer nicht glaubt, dass Jesus Christus sein Gott ist, der hat ihn nicht aufgenommen. Wir müssen Jesus Christus als Sohn Gottes aufnehmen, nicht als Gott. Ja, aber ein Moslem macht genau dasselbe. Er sucht diese Stellen raus, um zu zeigen, dass Jesus nicht Gott ist. Jesus ist Sohn Gottes. Ja, aber in der Bibel steht, dass wir die Kinder Gottes, wir sollen immer das, wir sollen alle einmütig sein in unserer Rede. Aber der Sohn Gottes ist so ein Gott geschafft. Wie können wir, wie können wir einmütig in der Rede sein? Also zum Beispiel du und ich, wir könnten gar nicht evangelisieren gehen. Da würde mich dann einer fragen, ist Jesus Gott? Und alle, die an Jesus, die glauben, dass Jesus Gott ist, wo ich dir eben gezeigt habe, dass er angebetet wurde, die zeigen die Stellen, guck hier, Jesus wurde angebetet, Jesus wurde angebetet, Thomas hat gesagt, dass er mein Gott ist. Und dann kommst du um die Ecke und sagst, nein, 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 er ist nicht Gott. Wo ist dann unsere Einmütigkeit, wenn wir noch nicht mal wissen, wer unser Gott ist? So, warte mal, ich habe noch eine Frage. Und jetzt noch über 8 bis 9. So, Moso, mein Lieber, Gottes Segen, mein Lieber, schön, dass du da bist. Ich sehe euch allen, dir auch, König. König der Löwen, wenn ich dir zeigen würde, dass der Vater zum Sohn Gott sagt, würdest du es dann glauben? Der Vater sagt zu Gott, äh, zu Jesus Gott, jetzt habt ihr mich auch schon. Würdest du es dann lauern? Ja, das ist ja 1. Bibeläer 1. Aber zuerst machen wir das, was Gabi gesagt hat und dann können wir nachgucken. Ja, okay. Okay. Das machen wir gleich, danach zeigen wir auch die Stelle im Alten Testament. Äh, Gabi, was war das? Römer 9? Römer 1. Du wolltest vorher Römer haben, oder? Römer 8. Ja? Bis, 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 11. Hier, also 1 bis 11. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde und um der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn diejenigen, die gemäß des Fleisches sind, trachten nach dem, was des Fleisches entspricht. Diejenigen aber, die gemäß des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Siehst du, Gottes Geist in euch wohnt und dann im nächsten Atemzug wird gesagt, wer aber den Geist des Christus nicht hat. Also ist der Geist des Christus auch Gottes Geist. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure Sterne und Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Fertig. So, Hebräer machen wir jetzt. Hervorragende Stelle. Hervorragende Stelle. Der Bruder hat gesagt, dass der Vater den Sohn Gott nennt. Sehr gute Stelle. Hebräer 1. Man kann aber auch von 5 auslesen. Wenn du willst, damit man nicht ein bisschen oder von 6 auslesen. Welches Vers jetzt? Hebräer 1? Vers 5. Hier. 5. Denn zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Okay, das ist schon mal die eine Stelle, bevor wir weiterlesen. Hier beten sogar alle Engel ihn an, plus die 24 Ältesten, plus die Leute im Neuen Testament, die ich dir gezeigt habe. Okay, weiter geht's. Von den Engeln zwar, sagt er, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, dein Thron, oh Gott, wird von Ewigkeit zu Ewigkeit, das Zepter deines Reiches, ist ein Zepter des Rechts, du hast Gerechtigkeit geliebt und die Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, oh Gott, Jesus, dein Gott, der Vater, gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. Amen. Halleluja. Amen. Amen, das ist ja das. Psalm 45. Amen, Amen. Darum hat dich, oh Gott, Jesus, dein Gott, der Vater, gesalbt mit Freudenöl. Bravo. Ja, ja und ja. Das bedeutet, dass Gott nicht größer ist als Jesus, willst du mir sagen? Ich frage ganz einfach, weißt du, ich glaube ja an das Wort, was dazu steht, das ist ja auch der Punkt, wenn Jesus sagt, Gott ist größer. willst du mir jetzt sagen, dann Gott ist nicht größer als Jesus? Dann müsste man wieder zu Philippa gehen und so weiter. Machen wir, machen wir, wir zeigen es ihm, definitiv. Aber hier sagt auf jeden Fall der Faschel. Eine Frage, wenn ich mal stelle, ja oder nein, ist Gott größer als Jesus? Ja oder nein? Könnt ihr mir sagen? Ich merke, ich muss immer mit ja oder nein beantworten, ihr macht es nicht, ist nicht so ganz fair, ne? Ja, der Vater, der Vater ist größer, in dem Sinne, dass Jesus ja zwei Naturen hatte, er war ja Mensch. Aber als ewiger Sohn Gottes, ja, ist er natürlich nicht größer. Aber er ist ja Mensch geworden und hat es benötigt. Guck mal hier, steht's. Ja gut, dann sind wir uns auch einig, dass Gott Jesus geschaffen hat. Nein. Nein. Sonst kann er nicht Gott sein. Er ist Mensch geworden. Gerade eben noch gelesen, dass der Vater sagt, dein Thron, oh Gott. Der Vater sagt zum Sohn, oh Gott. Warum sagt er das? Wenn er Gott ist, dann kann er nicht erschaffen sein. Das geht doch gar nicht. Pass auf. Zweite Philippabrief abkündigen. Wenn er dasselbe ist, verstehst du. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, oder steht hier Gestalt des Sohnes Gottes? Steht hier Gestalt eines Menschen? Steht hier als Gestalt eines Sohnes Gottes? Nein. Was hast du denn aufgemacht jetzt? Welches Vers ist das? Ah, okay. Philippabr 2, Vers 5, mein Lieber. Natürlich. Philippabr 2, Vers 5. Wir sind jetzt bei Vers 6. Philippabr 2, Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus es auch war. Der erste Vers ist eine Ermutigung. Eine Ermutigung durch eine Erinnerung. Wir lesen das und erinnern uns daran und fühlen uns ermutigt, dieselbe Gesinnung zu haben. Hier steht Sollt. Das ist ein Gebot. Das ist nicht so flapsig hergesagt. So, ja klar, wir sind schwach im Fleisch. Okay, alles gut. Aber wir sollen so gesinnt sein, wie Jesus es auch gesinnt war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, ja, hier steht nicht in der Gestalt eines Menschen oder in der Gestalt des Sohnes Gottes, hier steht in der Gestalt Gottes, es nicht wie einen Raub festhielt. Ich habe schon mal alle Stellen in ihrem Leben öfter mal als einmal gelesen. Er hielt es nicht wie ein Raub fest, wie ein Räuber seine Beute festhält. Er hielt es nicht wie ein Raub fest, gottgleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Ja, dann geht es weiter. Er niedrigte er sich selbst. Danke, Herr Jesus. Wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod im Kreuz. Danke, Herr Jesus. Also, in seiner... Mein Lieber, es ist klar, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht. Das wissen wir. Das wissen wir. Das wissen wir. Aber ich kann auch genauso gut dann weiterlesen und sagen, damit im Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden sind. Das beten hat er nicht erhöht. Verstehst du? Deswegen beten wir die nicht an. Und Jesus ist aber so erhöht worden von Gott. Das ist der Grund, warum wir Jesus Christus anbeten. Guck mal, hier steht, dass Jesus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Das heißt, er wird Herr genannt, er wird Gott genannt zur Ehre Gottes des Vaters. Das heißt, wir haben schon mal zwei Personen. Das ist ja was der Mut. Das wird er so genannt. Ja, aber er ist gleichzeitig auch Gott. Das haben wir ja gerade gelesen im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 5 und 6, Ab Vers 5 und 6. Ja. Das ist ja das. Deswegen hat dich, oh Gott, hier, deswegen hat dich, oh Gott, dein Gott gesalbt. Das ist die Trinität, mein Lieber. Das musst du doch langsam begreifen. Ja, aber weißt du, wenn die Trinität ist ja alles gleich und da der Vers, Jesus selber sagt, Gott ist größer, ist die Trinität ja nicht, ist die wackelig. Verstehst du? Hier. Wenn Gott größer ist, wackelt die Trinität. Verstehst du was? Hier. Also in deinem Herzen hat noch keine 180 Grad Kehrt, wenn sie stattgefunden. Tut mir leid. Aber warum sagt Jesus dann, Gott ist größer? Versteht ihr das? Das wackelt. Ich habe gerade erklärt. Gott ist größer als alle anderen. König, wir haben das doch gerade erklärt. Du sagst immer, Gott ist größer. Nein, der Vater ist größer. Hier wird gesagt, dass Jesus, dass Jesus in der Gestalt Gottes war. Also bevor er kam, war er in der Gestalt Gottes schon. Also, hallo Gott. Schöner Gott. Willst du mir sagen, dass er vorher der Vater war? Nein, er ist der Sohn. Ja. Aber das gehört zusammen. Das ist eine Einheit. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und der Sohn kam. Er sagt, er lässt mich ja nicht, was Einigkeit bedeutet, das Wort Einigkeit. Naja, gut, alles klar. Wenn mehrere Menschen eins sprechen, immer dasselbe sind. Wenn du Kinder hast und die Kinder erzeugen genau dasselbe, was du hast, was du denen erzogen hast, die Erziehung und eingeprägt hast, dann erzeugen die von demselben. Wenn du ein lieber Mensch bist, dann ist dein Sohn auch ein lieber Mensch. Okay. Diese Einigkeit zeugen diese drei auch. Der Heilige Geist, der Vater und Jesus Christus, die zeugen dasselbe. Die sind eins in diesem Sinne. Und das ist ja wohl was anderes, als wenn sie diesem Wesen gleich ist. Und er weiß ja, was er beim Vater war. Er erzählt uns alles, was er vom Vater gehört hat, sagt Jesus, gibt es noch Stellen dafür. Das verstehe ich doch alles. Du hast jetzt alles ignoriert, was wir gerade gelesen haben. Ja, er ignoriert alles. Er ignoriert von Anfang an schon alles. Er kämpft dagegen. Das sind zwei Wesen. Die haben beide einen eigenen Willen. Jesus hat sogar seinen eigenen Willen. Das gibt es mehrere Bibelstellen dafür. Einmal, wo er betet, dass der Kerl von ihm vorbeigehen möchte. Und es gibt noch Stellen, dass Jesus Christus einen eigenen Willen hat. Dass er nach dem Wesen des Vaters handelt. Okay. Du verstehst aber, dass Jesus auch Mensch war. Er war aus Fleisch und Blut. Ja, so. Aber sein göttlicher Wille ist genau gleich wie das seines Vaters. Nur als Mensch erfunden, steht doch hier. Haben wir gerade gelesen. Er ist als Mensch erfunden. Er wurde wie die Menschen. Er hat sich erniedrigt. Er entäußerte sich. Er hat gesagt, ich bin niedriger. Jetzt bin ich niedriger wie du, mein Vater. Wenn ich die andere Stelle noch finde, oder steht, wo Jesus mit dem anderen Willen ist, dann ist es geäußert. Okay, Wartekunst. König der Löwen. Ja. Was bedeutet, dass Jesus wie die Menschen wurde? Er ist ja anders. Er ist nicht so. Also er wurde ja vom Heiligen Geist gezeugt. Ja, aber. Guck mal, hier steht drinnen, er kam in der Gestalt Gottes und wurde wie die Menschen. Wir sind ja alle nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Aber er kam in der Gestalt Gottes. Es steht am Anfang geschrieben, ja, in der Gestalt Gottes, weil er ist doch die pure Liebe. Was heißt, dass er sich entäußerte? Was heißt, dass er es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein? Seit wann kann ein Prophet Gott gleich sein, sich entäußern, wie die Menschen werden, sagen, eh, Abraham, wahr bin ich, angebetet zu werden, von Thomas Gott genannt zu werden und ihn nicht zu korrigieren. Die 24 Ältesten beten ihn an. Jesus sagt, er ist inmitten des Thrones. Du antwortest darauf gar nicht. Jesus hat doch den Auftrag bekommen, oder nicht? Alles gut, alles gut, mein Lieber. Alles gut. Er hat doch den größten Auftrag. Es gibt Stellen, wo er hier ist. Ich erfülle den Auftrag. Da kann man nichts machen, genau. Da kann man nichts mehr machen. Wir haben dir das... Guck mal, ich zeige dir nochmal einen... Ich verstehe auch, warum ihr das verstehen wollt. Pass auf. Wir zeigen es dir nochmal. Ja, aber Gott ist größer. Wir zeigen es dir, ich weiß. es ist Gottes Sache jetzt, an dir zu hören. Die Unterordnung ist nicht anders. Pass auf, der Sohn Gottes, der Sohn Gottes ist Gott. Pass auf, pass auf, der Sohn Gottes ist Gott. Und der Sohn Gottes war schon immer beim Vater. Deswegen sagt er, deswegen sagt er, deswegen sagt er, ehe Abraham war, der Sohn Gottes ist Mensch geworden. Das verstehe ich alles, aber das ist... Er ist Mensch geworden. Er ist Mensch geworden. Er entäußerte sich selbst. Der Sohn Gottes war schon immer da. Er war schon immer beim Vater. Das verstehst du nicht. Was hat er denn als erstes geschaffen? Was meinst du, was hat er als erstes geschaffen? Er hat Gott als allererstes geschaffen. Himmel und die Erde. Das zeige ich dir. Falsch. Wie falsch? Zeige ich dir. Das ist nicht das Erste, was er geschaffen hat. Ich möchte... Wenn ihr alles wisst, dann nennt mir das, was Gott als allererstes geschaffen hat. Ja, du sagst, dass es Jesus ist. Aber ich sage, dass Jesus der hat alles verschaffen. Ich kann das beweisen. Sag mir, was willst du sagen? Was ist als allererstes geschaffen worden? Sag mir, egal wer. Ich nenne euch das dann. Wir zeigen es dir. Guck mal. Ich zeige dir jetzt erst mal diesen Vers und danach zeige ich dir, was alles geschaffen wurde. Guck mal. Erst mal, im Anfang war das Wort... ...und dann werdet ihr sehen, dass ihr euch nur an Weißheit mangelt. Dann werdet ihr sehen, dass ihr nicht so weit seid wie ich. Ja, ja. Hey, Hochmut. Es geht nicht anders. Ich erzeige euch die Erkenntnis. Hochmut kommt vor dem Fall. Jetzt kommt der wahre Geist raus. Okay, warte kurz. Das ist der Punkt, woran ihr mich nicht versteht. Ich verstehe euch, was ihr sagt. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Guck mal. Es ist auch ein Zeichen der Liebe, dass du jemanden ausreden lässt, weil du fällst mir die ganze Zeit ins Wort. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, das ist ja das, was wir die ganze Zeit sagen, der Sohn Gottes war schon immer beim Vater. Ja. Der Sohn Gottes war schon immer beim Vater, bevor er Mensch geworden ist. und das Wort ist auch Gott. Und das Wort wurde Mensch. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Und jetzt zeige ich dir eine Stelle, weil du hast gefragt, was erschaffen worden ist. Ich bin mal gespannt, ob du es weißt. Die anderen zwei wussten es nicht. Doch, das wissen sie, aber ja. Wenn du mir das nennst, dann würde ich mal sagen, hören wir erstmal auf zu reden, dann denke ich mal erstmal drüber nach, woran das habe, dass wir uns nicht einig werden. Okay, perfekt. Pass auf, Kolosser 1, Vers 16, beziehungsweise ab 15. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, weil er ja Mensch geworden ist, vorher war er unsichtbar und beim Vater, er ist Mensch geworden, der Sohn Gottes, der über alle Schöpfung ist. Guck, der über aller Schöpfung ist. Es gibt nichts, was geschaffen wurde vor ihm, weil er selber ungeschaffen ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und alles ist durch Jesus und für Jesus geschaffen. Alles. Alles ist durch Jesus und für Jesus geschaffen. Kannst du mir nennen, welches das erste Werk von Gott geschaffen wurde? Kannst du mir etwas nennen oder nicht? Natürlich. Was denn? Möchtest du irgendwas aus der Schöpfung haben? Es gilt geschrieben, was als allererst geschaffen wurde. wurde, ich möchte das Gott wissen. Ja, sag ich ja. Möchtest du was aus der Schöpfung erfahren? Ich will nur einfach wissen, was das allererste geschaffene Werk von Gott war. Nein, dann geben wir zu Genesis 1,1, wenn du willst. Mir egal. Ihr sollt mir nur nennen, was ihr meint, was als allererstes geschaffen wurde. Nein, dann lies mal. Lies mal. Ich lese hier, was du mir sagst, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das meiste. Genau. Der Anfang der Welt. Legt ihr euch alle da fest? Mein Lieber, guck mal. Ich lese euch gleich vor, was als erstes geschaffen wurde. Guck mal, du hast eben schon gesagt, dass in Hiob mit Söhne Gottes wusstest du noch nicht mal, dass damit Engel gemeint sind. Und jetzt willst du uns irgendwas anderes erklären? Das ist nicht Engel gemeint. Ich erkläre dir gleich, ich lese dir eine Stelle vor. Was als erstes geschaffen wurde. Okay, dann gib mir deinen Vers, danach kannst du überlegen gehen. Wie gesagt, machen wir da eine Feinbarung. Sag euch, was als erstes geschaffen wurde. Die Weisheit ist das erste Werk, was von Gott geschaffen wurde. Ich habe dich eben gefragt, was sichtbar ist. Du hast Ja gesagt. Ich habe gesagt, egal was, nennt mir einfach das erst geschaffene Werk. Weisheit ist kein Werk. Guck mal, das Werk, was sichtbar ist, ist Himmel und Erde. Weisheit ist kein Werk, weil Weisheit kommt von Gott. Gott ist die Weisheit. Gott ist die Liebe. Gott ist unsichtbar. Und Weisheit ist unsichtbar. Du kannst Weisheit nicht erschaffen. Weisheit gehört zu Gottes Attributen. Okay, ich merke schon, ihr müsst noch was lernen, weil das ist so. Danke, danke für dein Lachen. Das ist eine Bibelstelle, ne? Ja, ich kenne die Stelle. Ich kenne die Stelle. Das ist das Schrift. In den Psalmen. In den Psalmen, ja. Ihr denkt, ihr werdet schon und so wisst und so weiter. Ihr denkt, ihr wisst alles und genau das passt. Ihr hochmütig und blablabla und dann, ihr wisst es nicht mehr, könnt es nicht mehr, und dann auf einmal verdreht ihr alles. Wir haben dir jetzt genug Stellen gezeigt. Ich habe es euch geliefert, ihr konntet mir nicht die Wahrheit sagen. Wir haben dir alle Stellen gezeigt. Wir müssen anstecken und zu dem Punkt kommen, Gott ist größer und das richtig zu verstehen. Guck mal, König der Löwen, ich weiß, für dich ist das wie so eine Art Spiel, gewinnen und verlieren, aber für uns nicht. Für dich war es von Anfang an wie so eine Art Game. die Wahrheit und du kanntest nicht die vollkommene Wahrheit. Okay. Und wenn du alles weißt, du dich nicht komplett gearbeitet hast, dann musst du sowas wissen. Okay, 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 sehr hochmütig. Die Zuschauer haben gesehen, die Zuschauer haben gesehen, dass das sehr hochmütig war und ich gucke mal, mein Lieber, mein Lieber, wir bleiben dabei, wir bleiben dabei, wir bleiben dabei, dass der Fels aus dem Alten Testament, wir wissen, dass du nicht die ganze Wahrheit kennst. Warte kurz, warte kurz, warte kurz, ja, jetzt muss ich dich leider stummen. Warte kurz, Ja, der Fels aus dem Alten Testament, mein Lieber, König der Löwen, weil am Ende hast du jetzt dein wahres Gesicht gezeigt. Du wolltest, du wolltest sagen, ja, wir sind schlecht, wir haben das und jenes. Ich weiß, das ist dein Fleisch. Aber, wir sollen geistlich bleiben, sagt der Herr. Das ist hier kein Challenge. Vorher hast du gesagt, dass du dann weggehst und dann darüber nachdenkst. Und nimm das bitte mit. Im Alten Testament wird Gott ganz klar Fels genannt und im ersten Korintherbrief, Kapitel 10, habe ich dir gesagt, dass Christus selber dieser Felsen ist. Dann wurde er angebetet an vier Stellen, sogar als Baby wurde er angebetet. Thomas hat ihn meinen Gott genannt. Ja, die 24 Ältesten haben ihn Gott genannt. In Offenbarung 21, 7 sagt er, er wird unser Gott sein. Ja, da kann man nichts mehr hinzufügen. Deswegen danke, dass du da warst. Gott segne dich und bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Er hat nicht einmal zugehört. Du hast richtig gemerkt, wenn du was gelesen hast, er hat gar nicht zugehört. Er hat schon nachgedacht, was er schon als nächstes sagen soll. Aber er hat nicht zugehört und nicht nachgelesen. Gar nichts. Finde ich echt schade. So, Gabi wollte erste Buch Mose 20, oder? Vierte Buch, Vierte. Okay. Shalom, Gottes Segen. Gottes Segen, ihr Lieben. Ich wollte nur ganz kurz was fragen, hatte er denn überhaupt eine Bibel? Nee, das ist ja eigentlich nicht lustig. Eigentlich ist das eine sehr ernste Frage, weil wir müssen eigentlich unseren Mitmenschen eine Bibel sogar schenken. Hat er. Ja, das ist, ich verstehe das halt nicht. Die Menschen, die öffnen gar nicht ihr Herz. Wofür gibt es das Internet überhaupt? Da kann er auch gucken. Ja, das stimmt, aber ich weiß halt nicht, die Menschen, die setzen immer voll falsch an. Ja, Bücher ist cooler, weißt du? Ist viel, viel besser. Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen verschaffen und der Gemeinde und ihrem Vieh zu trinken geben. Da holte Moses den Stab vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte. Und Moses und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen und er sprach zu ihnen, Hört doch, ihr Widerschmerzigen, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? Und Moses hob seine Hand auf und schlug dem Felsen zweimal mit seinem Stab. Da floss viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und auch ihr Vieh. Der Herr aber sprach zu Moses und Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, um mich vor den Kindern Israels zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das ist das Herr der Wasser. Wo die Kinder Israels mit dem Herrn haderten und er sich ihnen heilig erwies. Amen, Amen. Ja, wartet kurz. Ich versuche noch mal ganz kurz, dann könnt ihr alles sagen, was ihr wollt. Über den Herrn wird ja auch im ersten Korintherbrief, was wir eben gezeigt haben, wird überall über Jesus gesprochen. Also wirklich alle weisen nur auf Jesus hin. Genau, das ist ja hier die Stelle, die Prophezeiung. Der erste Korinther 10 wird hier gewarnt, als Beispiel von Israel in der Wüste, was die Schwester Gabi gerade gesagt hat. Und hier steht ganz klar, Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken, den sie tranken und aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. Und Gott wird ganz klar in diesem Vers, hier wird Gott als Fels beschrieben und auch in ganz vielen Psalmen steht immer wieder, du bist mein Fels, Herr, du bist mein Fels. Und hier ist Jesus der Fels. Richtig. Oder Petrus. Okay, das ist eine andere Geschichte, lassen wir das. Aber natürlich, ja klar, sonst sorgt das für Verwirrung bei manchen. Ja, wo noch? Okay, die ganzen Stellen, wo Jesus angebetet wurde, hat er natürlich ignoriert. Würde ich auch machen, wenn ich Jesus nicht anbeten würde. Aber hier steht auch eindeutig, Jesus sagt, wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und nicht der Sohn Gottes sein oder sein Mensch sein oder sein Prophet sein. Ich verstehe nicht, was es da noch zu überlegen gibt. Also spätestens hier muss er doch vor Jesus hinfallen und ihn anbeten. Uns wird ja was Großes versprochen durch Jesus. Wir müssen ihn nur annehmen. Ja. Es gibt ja genug Prophezeiungen, die sich dann im Neuen Testament erfüllen. Wie kann man das alles ignorieren? Ein Unitarier sucht immer nur das Negative. Also er guckt immer nur, dass man die Gottheit Jesu verneint. Genau. Nur diese Verse suchen die. Aber alle Verse, die ganz klar von der Gottheit Jesu sprechen, wird kategorisch, kategorisch ignoriert. Das hat man ja auch gemerkt. Wie er immer dazwischenredet, nicht zuhört, nicht nachliest, nicht drüber nachdenkt. Sondern er lehnt das kategorisch ab und sucht immer und redet immer das Gleiche. Gott ist größer wie Jesus. Gott ist größer. Der weiß nicht mal, was er sagt. Er hat sich mit der Offenbarung zu beschäftigen, sollte er den Römerbrief noch mal lesen. Richtig. Hier zu diesem Vers. Die Juden haben sofort verstanden und wollten ihn steinigen, weil es ja Gotteslästerung ist, wenn ein Mensch sich zu Gott macht. Bei den Juden ist das ja so. Weil Jesus gesagt hat, Abraham war bin ich. Und dieses bin ich ist ja auch der Name Gottes, den Gott Moses gegeben hat. Ich sage ihm, ja was bedeutet das? Jesus hat tausende Jahre nach Abraham gelebt. Was bedeutet das? Und er sagt, ja, Elia hat auch vor Abraham gelebt. Oder was weiß ich was. Ja, Adam hat auch vor Abraham gelebt. Aber Adam hat auch vor Abraham gelebt. Aber er sagt ja nicht, dass er Abraham war bin ich. Jesus sagt das, weil er ja später gelebt hat. Oh Mann. Ja, aber er sagt ja auch nicht, alle Schafe hören meine Stimme. Trotzdem beten wir sehr stark für ihn. Genau. Dass er sie vielleicht doch erhört. Weil ich kenne das. Ich war ja selber Atheist. Und wenn du etwas nicht glaubst oder ein anderes Weltbild hast, dann tust du dich dagegen sträuben. Egal was kommt. Du sträubst dich dagegen. Du willst es nicht wahrhaben. Du suchst immer nach irgendwas, was es verneint. Also du stimmst immer nach irgendwas Negatives. Egal wie viele Beweise man bringt. Ich möchte noch den Prediger der alten Schule vorlesen. Gerne. Ein Prediger der alten Schule. Es gibt ihn noch, den Prediger der alten Schule. Und seine Predigt geht weiter. Viele moderne Prediger sprechen nicht mehr über den Sündenfall des Menschen. In unseren Tagen werden die Menschen selten in aller Deutlichkeit darauf ausmerksam gemacht. Dass sie vor einem heiligen Gott Sünder sind. Aber es gibt ihn immer noch. Immer noch einen Prediger der alten Schule. Der heute ebenso laut und bestimmt redet wie eh und je. Er bereist den ganzen Erdbein und spricht alle Sprachen. Er besucht sowohl Arme als Reiche. Er weckt Gefühle, die kein anderer Prediger hervorrufen kann. Er bringt Menschen zu Tränen, die nicht gewohnt sind, zu weinen. Es gibt kein Gewissen, dass in seiner Gegenwart nicht wenigstens einen Augenblick gezittert hätte und kein einziges Herz, das bei seinen machtvollen Appellen gleichgültig geblieben wäre. Dieser Prediger unterbrecht öffentliche Veranstaltungen, lauert an Türen von Tanzsälen und Diskotheken. Sein Schatten fällt täglich auf Straßen und Autobahnen. Ohne Anmeldung trifft er in jedes Privatzimmer. Es gefallen im Schlösser und Paläste. Aber er verschmäht auch nicht die ärmsten Gassen, um dort tätig zu sein. Er nennt sich der Tod. Wer hätte die Predigt dieses alten Predigers noch nicht gehört? Jeder Grabstein dient ihm als Kanzel. Jede Zeitung reserviert ihm einen Platz. Und wie oft sieht man die Gemeinde dieses souveränen Predigers zum Friedhof gehen? Wie oft hat er sich eigentlich schon an sie gewandt? Da war plötzlich der Tod eines Nachbarn, das Abschied nehmen von Verwandten, der Verlust eines Freundes oder gar des geliebten Ehepartners. Und jedes Mal ist der Inhalt seiner Predigt dieselbe. Er fordert uns auf, die Frage der Sünde in unserem Leben zu klären, die verbleibende Zeit zu nutzen, um mit Gott ins Reine zu kommen, ehe es zu spät ist. Amen. Amen. Jesus ist der, der mit dem Heiligen Geist taugt. Und das ist eigentlich voll wichtig für uns. Amen. Ja, in Hiob steht ja, dass der Mensch zwei oder dreimal, Hiob 33 müsste das sein, zwei bis dreimal ins Licht gestellt wird, also in diesem Licht des Evangeliums. Und es ist ja dann seine eigene, ja, sein freier Wille dann in dem Moment, dass er seine Sündhaftigkeit auch erkennt und dann Ja zum Evangelium sagt. Und danach, wenn es aufrichtig ist, was ja bei ihm noch nicht stattgefunden hat, leider, ja, wird er versiegelt werden, wie es in der Schrift steht, von Neugeboren werden, heißt das unter. Ja, dann ist alles neu in ihm, ne? Also Gott ändert ihn komplett. Zwar leben wir dann noch im Fleische hier auf der Welt und können noch sündigen, aber im Geiste dienen wir dem Herrn. Und wir warten, bis er uns zu sich holt und uns befreit von diesem Körper endlich. Genau, also wenn der Geist Gottes in uns wohnt, dann lässt er uns auch auferstehen, auch wenn das Fleisch irgendwann stirbt. Richtig. Weil der Geist macht uns lebendig. Amen. Entschwester. Amen. Amen. Maestro 95, nicht, dass deine Finger zu heiß werden, ich stumme dich mal wissen. Musso, oder nicht? Ich schreibe die ganze Zeit, ist auch nicht normal. Wenigstens, dass man, die Leute, ihr könnt wenigstens natürlich Fragen stellen, hochkommen, hier sind jetzt Geschwister da, die können, die Fragen so gut, wir können beantworten, die Bibel öffnen, gemeinsam lesen, und ja, wenn jemand bereit ist dafür, für das Wort Gottes, ja, ähm, dann möchten wir auch hier für euch dienen, damit ihr durch das Wort Gottes zum Glauben kommt, wie im ersten Petrusbriefkapitel 1, Verse 22 und 23, da steht, dass diese Wiedergeburt durch das Wort Gottes kommt, das ist nämlich ein Samen, ähm, der in Ewigkeit bleibt, und parallel dazu kann man ja auch, ähm, das Gleichnis lesen vom Seemann, ähm, ja, bei dem, bei dem Menschen, wo der Samen auf fruchtbaren Boden äh, wird es viel Frucht bringen, und das ist die Frucht des Heiligen Geistes, das macht ja auch alles Gott, eigentlich macht alles Gott, der Herr Jesus macht eigentlich alles, deswegen alle Ehre dem Herrn. Amen. Darf ich dazu was Passendes vorlesen? Ich, ähm, bin mal gelaufen und neben der Mülltonne stand so ein Bild, und wisst ihr, was da draufsteht, und zwar, manche edle Blumensamen streut man in einem Blumenbeet, edle Sprüche, liebe Namen, werden in einem Buch gesät, darf ich auch ein Körnlein streuen, setz es ein, dass nichts verdorrt, möge es stets dein Herz erfreuen, halt in Erden Gottes Wort. In unten steht, nicht schön ist geschrieben, aber gut ist gemeint, meine Hand hat gezittert, mein Herz hat geweint. Und wo hast du das her? Also ich bin mal gelaufen, und dann stand es einfach an der Seite von einer Mülltonne, wurde halt weggeschmissen, und das sieht einfach wie neu aus, ich hab's direkt mitgenommen. Krass. Haben wir recht. Wirklich schön. Er ist immer da. Hm. Ja. Beim letzten Mal, was war nochmal beim letzten Mal, genau, da haben wir ja über die Endzeit gesprochen, davor gemeinsam viele Prophetien uns angeschaut, was ich auch sehr interessant fand, aus dem Alten Testament, die ganzen Prophetien, die sich erfüllt haben, auf Jesus, und die Schrift, kundigen, die kannten die ganzen Schriften, ja, die Pharisäer, sag ich mal, oder andere Schriftkundige, die dann extrem böse waren und gegen Jesus waren, die kannten die Schriften und waren dann plötzlich total blind und haben aber ihre Blindheit nicht anerkannt, aber die ganzen anderen, die dann Jesus gefolgt sind, nicht nur wegen den Wundern, sondern ihm wirklich gefolgt sind danach, die auch danach zum Glauben gekommen sind, die haben stückweise erkannt, dass gerade die Prophetien wahr werden, weil die haben wahrscheinlich fleißig in der Tora gelesen, wenn sie das zur Verfügung hatten, oder haben auch in dem Tempel wahrscheinlich immer wieder gehört und der Geist Gottes hat das dann lebendig gemacht, vor ihren Augen, die haben das dann erkannt, Johannes der Täufer hat ja zum Beispiel auch gesagt, siehe, da ist das Lamm Gottes, was die Sünden in der ganzen Welt wegnimmt und das haben viele gehört und die haben das dann geglaubt, weil er wurde von einer Jungfrau geboren, dann er kam aus Bethlehem, er hat in Gleichnissen geredet, steht in Psalm 78, dann was noch, er kam auf einem Esel, Zachariah 9 Vers 9, er wird gebrochen aufrichten, er wird ein Heiler sein, dann eben was Schwester Gabi vorgelesen hat, dass Gott selber kommen wird in Jesaja 35 und er wird dann die Blinden sehend machen, hat er auch gemacht in Matthäus 11, dann er wird für 30 Silberlinge verraten werden von Judas, das steht auch in Zachariah 11, er wird gespuckt und geschlagen werden, Jesaja 50, er wird im Gesicht geschlagen werden, Mischa 4, das sind so viele Prophezeiungen, das ist wirklich so, das ist unfassbar einfach das, in dem Moment, was die Leute gedacht haben, ja, das wird wahr, und wir leben jetzt, ja. Auch 40, also Jesaja 40, 3, die Stimme eines Rufenden in der Wüste, das ist schon im Markus Evangelium 1, 3, bereitet den Weg des Herrn, steht ja bereitet, in der Wüste bereitet den Weg Jachwes, also 43, Jesaja. Genau. Und im Neuen Testament steht eben, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. Also wenn dort Jachwe genannt wird, ja, und hier über Jesus gesprochen wird, dann wissen wir, Jesus ist Jachwe. Es gibt so viele Stellen, warum ignoriert man das? Das verstehe ich einfach nicht. Wahnsinn. Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Aber du kannst dich als Atheist vielleicht ein wenig mehr hineinversetzen. Ich habe diese, oder Muso, eine Frage mal, hast du damals auch dagegen gekämpft, oder hast du einfach irgendwann mal die Bibel gelesen und hast dich dann bekehrt? Bei mir war das ein bisschen kompliziert. Also ich habe halt versucht immer in der Wissenschaft, in der Pseudowissenschaft, Big Bang und Evolution, immer da irgendwas zu suchen und immer die gleichen Argumente zu benutzen, die man heute auch benutzt, was die Atheisten benutzen. Da wurde für Menschen angeschrieben. Einen schönen gesegneten Mittwoch wünsche euch. Einen schönen gesegneten Mittwoch. Bitte, bitte. Ja, natürlich habe ich mich gesträubt, also wirklich sehr. Und erst ab die Geburt meines Sohnes, ähm, ja gut, ich habe schon vorher schon ein bisschen gelesen gehabt, aber das war für mich ein Märchen. Aber ab Geburt meines Sohnes habe ich gedacht, das ist ein Wunder, irgendwas muss es geben und dann langsam, langsam hat sich das dann so ergeben. Amen. Ja. Amen. Amen. Ich kenne zum Beispiel persönlich einen, natürlich Ex-Muslime kenne ich, ja, aber ich muss ehrlich sagen, darunter sind sehr, sehr viele, die wirklich keine Muslime waren. Also ich kann jetzt nicht berichten, ähm, ich kenne nur einen einzigen, ich werde natürlich nicht sagen, wer das ist, der so ein Moslem war, vom, sage ich mal, von der Tiefe her, von Wissen her, sage ich mal, so wie so ein paar Spezialkandidaten hier auf TikTok, ja, so richtig Hardcore-Sonniten, ähm, kenne ich, aber die meisten, die sich so Ex-Muslime nennen, so, ja, 95%, ne, waren ja wirklich keine echten, keine Ahnung, ISIS-Kämpfer oder so kurz davor, sondern einfach nur als Moslem geboren und dann nie praktiziert und vielleicht schon ein bisschen praktiziert, paar Jahre lang, aber so, ich selber kenne nicht viele, aber es gibt natürlich ein paar. Hobby und Teilzeit Muslime. Genau, die meisten sind so Hobbys, richtig. Richtig, Schwester. Dann kenne ich einen Juden, ja, einen Juden, der sich bekehrt hat, kenne ich persönlich und, ja, jemanden, der sich so extrem gegen die Gottheit gewehrt hat, auch damals, kenne ich, ja, und ich hoffe, dass er das auch, weil er hat ja am Ende gesagt, ich werde das nachforschen, Gott segne ihn, ja, war auch ein bisschen viel auf einmal, denke ich mal, so, ne, wir wollen ja keine Bratpfanne auf den Kopf haben von jemandem. Kennst du auch, Bruder, kennst du auch Buddhisten, Hinduisten oder keine Ahnung, was es alles gibt, Agnostiker, Sumeriker oder was weiß ich. Ja, ich kenne tatsächlich auch in diesem Bereich welche, also Ex-Hindus, sage ich mal so, und auch Ex-Esoteriker. Alle reden Herrn Jesus, wow. Ja, weil, ja, Entschuldigung, war nicht sogar eigentlich der christliche Glaube, okay, das kommt mir jetzt noch gerade, war ja als allererstes auch da, und dann haben sich ja auch alle anderen Glaubensrichtungen entwickelt. Was? Wenn ich jetzt richtig bin. Ja, zum Teil, ich glaube, der Hinduismus, daraus ist ja der Buddhismus entstanden, und dann auch die Esoterik und so weiter, das gibt es, glaube ich, schon als Heiden, als Heidenreligion ein wenig vor dem Christentum, aber definitiv, wenn wir jetzt noch weiter gehen, dann können wir ganz klar erkennen, dass damals nur Heiden, es nur Heiden gab und danach Haus Israel und Haus Judah. Da gab es dann, soweit ich weiß, nichts mehr, oder? Da könnte man auch zum Beispiel mal nachgoogeln, hier, Gebetsketten. Gebetsketten? Wenn die alle, die Hindus haben die, die Muslime, die Buddhisten haben die, Muslime haben die, Katholiken haben die, Orthodoxe, der Doktor haben die, stimmt, diese Gebetsketten, weißt du? Richtig. Ja, und Judi haben Gebetsriemen. Richtig. Aber wenn man dem mal näher nachgeht, die haben alle, den gleichen Inhalt, alles 33 Mal Pfarrer spielen. Die Schwester, die ist der Oma. Ich habe mal, ja, bei einer, was war das, bei einer Evangelisation, da hat auch jemand mal so gefragt, ja, dass er zwar christlich aufgewachsen ist, aber er will sich bekehren. Und ja, der hat dann auch in dem einen selben Moment mit nur einer Bibelstelle, weil er dachte immer, dass Jesus der Sohn Gottes ist, mit nur einer Bibelstelle, ehe Abraham war, bin ich, hat er sofort verstanden, dass Jesus Gott ist, obwohl er überhaupt vorher das geleugnet hat. Weil wenn du mit offenem Herzen fragst, dann genau, dann merkst du das, ja. Richtig, weil wenn du das siehst, wenn der Jesus spricht, in Johannes 8, 58, Jesus sprach, weil ich, weil ich, ich sage euch, eh Abraham war, bin ich, da musst du schon klick machen eigentlich, da musst du schon sehen, oha, ey, der war schon vor Abraham, der war vor der Schöpfung. Damit will er das sagen, er hat die Schöpfung gemacht, er alleine, der Herr Jesus Christus. Ja, und vor allen Dingen, ich bin, oder bin ich, ne, ich bin, ich bin, 33,6. Ganz genau, und das kann man nicht leugnen, ne, kann man nicht leugnen. Also, wenn du sagst, ich bin, dann bedeutet das im Judentum, ja, ich bin Gott, ne, und deswegen, das war wirklich der Punkt, wo dann die Juden die Steine aufgehoben haben und sagst, du bist, du machst dich selber zu Gott hier. Genau. Das will ich gerne mal lesen, weil die meisten, mit denen man darüber spricht, in Johannes 10, die sagen dann, ja, aber lies mal weiter, lies mal weiter, und dann schießen die sich doppelt ein Eigentor. Wartet kurz. Also, wenn man mit Johannes 10, 30 kommt, Leute, die ihr das gelesen habt, Guck mal. Ja, Bruder. Amen. Hier steht ja ganz klar, da hoben die Juden wiederum Steine, warum? Weil er gesagt hat, der Vater und ich sind eins. Ein Wesen, das heißt, das Wesen Gottes können wir erklären, Gottes Geist. Richtig, Gottes Geist, Amen. Genau. Zwei Personen, zwei Personen, aber eins, also ein Wesen, weil Gott ist Geist. Ja. Und da hoben die Juden Steine auf. Warum? Ja, hey, du bist ein Mensch, du bist nicht Gott. Ganz einfach. Ja. Ja. Dann sagte Jesus, ja, ich habe viele gute Werke, habe ich euch gezeigt, von meinem Vater. Er sagt, wieder Gott ist sein Vater, wieder sozusagen für die Juden Gotteslästerung. Ja. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? So, dann sagen sie ihm ganz klar, nicht wegen der Werke, ja, weil der Sohn Gottes kann auch gute Werke machen. Richtig. Nein. Wenn er nur der Sohn Gottes gewesen wäre, oder ein Prophet, der kann auch gute Werke machen, aber sie sagen ganz klar, nicht deswegen, sondern wegen Gotteslästerung, und zwar, der du ein Mensch bist, dich selbst, aber zu Gott machst, fertig. Guck mal, allein dieser Vers reicht schon, hier ab dem Komma reicht schon, um zu sagen, guck mal. Und dann gibt der Herr Jesus in den anderen Versen, gibt der den richtig Schachmord. Guck mal, das Ding ist, das Ding ist, die meisten sagen dann, ja, aber lies mal weiter, und die schießen sich so einen Knockout, wenn man weiterliest. Jesus antwortet, ja, ja. Weil er sagt dann, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, und jetzt guck mal, er sagt, ich habe gesagt. Ja, oh, oh, das vergessen die. Meistens machen das Muslime, die sagen dann, nein, guck mal, er hat auch andere Götter genannt. Ja, ja. Moses wurde Gott genannt, Richter wurden Gott genannt, aber das vergessen die, dass Jesus selber gesagt hat, als Gott, ich habe gesagt. Ja, Bruder, ey, Bruder, die verdrehen so Sachen, ich habe zum Beispiel ein Video gesehen von dir, Bruder, da wo Dings drin war, weil der Bruder wieder Amen gesagt hat, haben die, haben die Video gemacht, dass er gar nicht, zu des Amen gesagt hat, aber der hat zu, natürlich zu dir, diesen Vers, wo er ja genannt hat, Richtig. Amen gesagt, und das haben die alles verdreht, seht ihr, wie sie alles schneiden und alles verdrehen, das macht der Widersacher, um den ganz einfach. Leute, ich warne euch davor, das ist ein Video, das war der Leo Triem, Risk Debater. Guck mal, Israel ist drin, der, der hier. Er wollte eben hochkommen, vielleicht möchte er noch mal hochkommen. Kann er gerne hochkommen, ja. Kann er gerne. Eben war er drin, er hat eine Anfrage, ich habe es zu spät gesehen, ich wollte ihn gerade hochholen, dann war er schon weg. Ähm, ja. Ähm, Israel, beziehungsweise Dennis, du wolltest eben hochkommen, wenn du willst, komm hoch. Ähm, also. Dann mach mal direkt Johannes 13 auf. Ja. Johannes 13. Richtig, Schwester. Komm doch hoch. Ist schon wundervoll einfach. Wir, 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 wir tun auch nicht irgendwie, falls du denkst, wir sind beleidigend oder sonst irgendwas, dass du uns hinstellst. Nein, komm einfach hoch und rede mit uns. Pass auf, in diesem Video erkläre ich wirklich, ich habe das sehr, sehr langsam erklärt und ich glaube, da waren wir auch alle entspannt und dann habe ich einfach ganz normal erklärt, richtig. die Dreieinigkeit und danach fragt ein Moslem, nachdem ich fertig bin, also habt ihr drei Götter und wie der Loka sagt, eine Sekunde, nachdem er die Frage gestellt hat, Amen, Bruder. Und das hat er zu mir gesagt. Ja, ich habe, Amen, Bruder. Ich habe, ja, ja, ich wusste sofort, dass er dich gemeint hat, Bruder. Aber die haben das so hingestellt, ja, dass er das, so diese Dings, weil der eine Moslem gesagt hat, drei Götter, ne, und das ist absoluter Quatsch. Absoluter Quatsch. Ja. Er sagt zu mir, Amen, Bruder, und die stellen das so hin und sagen, Gottes Segen wieder. Ja, ja, ja. Und der stellt das Video so hin, als hätte er zu dem Moslem gesagt, Amen, Bruder. Oder erstens ist das nicht sein Bruder? Richtig. Das ist Leo Trin, Bruder, der muss man gar nicht herstellen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, komm gerne hoch, Israel. Gottes Segen, oder wie man es aufspricht. Shalom zusammen. Shalom. 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 Genau. Hat es wieder ein, Geschwister hat es wieder einen muslimischen Namen, dieser Israel? Ja, Israel. Okay, holen wir da ein Tito hoch. Na, Tito. Ach, der Tito, ne? Ach, die Katastrophe. Tito. Wie geht es? Gut, gut. Gut, Baustelle ist fertig, Baustelle. Ja, Baustelle ist fertig. Jetzt zuhaut. Tito. Wie geht es? Bitte. Samo je Gospod Jesus Christus Istina. Okay. Ja. Ja, ich bleib da drauf. Ich bleib da drauf. Ja. Jesus Christus. Und glaubst du, dass er Gott ist? Ja. Er ist ein großer Prophet. Sehr großer Prophet. Ja, ja. Der große Prophet, ja. Mach schon. Und wieder mal Gesaia 35 36 3 bis 6 Und der nächste, der liest dann Matthäus 11 2 bis 6 Okay, mach mal auf, Bruder. Welches? Was war das, Gabi? Gesaia 35 3 bis 6 Wow. Genau. Das ist die, eins der besten Stellen mit Matthäus 11, finde ich. Und, ähm, der Felsen mit 1. Korinther 10. Ist uns schlagbar. Ja? Das müsste jeder, äh, äh, eigentlich zu Hause an die Wand tapezieren und sagen, hey Leute, kommt zu mir nach Hause. Aber irgendwann wird die Katastrophe Tito auch aufwachen. Richtig. Richtig. Amen. So. Lese mal vor, Tito. Jesaja 35, ich lese für ihn vor, gerne, sehr gerne. Er kann sich entspannen, weil er war bestimmt, äh, hart arbeiten, mehr oder weniger. Ja. Stärkt. Stärkt die schlafgewordenen Hände und macht fest die strauchelnden Knie. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, folgendes. Seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt. Die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. So. Seht, da ist euer Gott. Nummer eins. Zwei. Er selbst kommt und wird euch retten. Das heißt, er muss natürlich Mensch werden, weil, wie soll er sonst kommen? Sehr gut. Sehr gut. Weiter. So. Dann. Was machst du jetzt? Wir kommen bei Perl 10. Tito, das ist für dich jetzt. Das ist jetzt für dich. Das ist jetzt für dich, weil jetzt geht es um verschlossene Augen und taube Ohren. Richtig. Dann werden, dann werden die Augen der Blinden aufgetan. Amen. Amen. Und die Ohren der Taube. Mit der Spucke meinst du? Mit der Spucke dem einen da. Okay, gut. Mit der Spucke hat der Heilige Gott, also mit aller Macht, mit der Spucke und den Blinden auf die Augen, dann ist er irgendwann mal später, konnte er wiedersehen. Gut, weiter. Ja. Du hörst irgendwie gar nicht richtig zu, habe ich so das Gefühl. Ne, habe ich gehört. Ich verbinde das direkt, weil ich weiß, dass der Jesus da Spucke gemacht hat. Ja, aber wie kannst du das denn so schnell verbinden? Das geht doch gar nicht. Du musst doch erstmal richtig zuhören. Das geht ja nicht. Ja, ich kenne den, ich kenne den, ich kenne den, der linker, der linker, der linker. Und Vers 10 sagt, er hat langes Leben. Wenn der Jesus langes Leben hat, super. Les mal weiter. Oh Mann. Ja, schade, dass du so bist. Du musst doch erstmal zuhören, wir wollen dir dich doch nahe bringen. Guck mal. Hier steht aber, hier steht aber eindeutig, dass Gott selbst kommen wird. Okay. Matthäus 11, 2 bis 6. Genau. Und wenn wir jetzt das hier nehmen, diese Wunder, ja, und was die Schwester gesagt hat, in Matthäus' Evangelium lesen, steht genau dasselbe über Jesus hier. Als er bei Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei Seiten. Ja, ja, wo die, seine Jünger kamen und er hat gesagt, die Blinden sehen, die Tauben hören. Ja, kenne ich die Geschichte. Okay. Blinden werden sehen. Ja, okay. Genau. Okay. Das ist das Evangelium. Ja, ja, oder ich zeige dir noch ein Vers jetzt, bitte, ganz kurz, ich bin danach fertig. Der Weg zur Erleuchtung ist nicht so einfach. Oh, da kommt jetzt wieder der nächste Senat, unglaublich. Oh, mein Gott. So. Okay, warte mal, wo war das? So, hier habe ich es, hier. Ja. Ja. Psalm 144, da sagt David, gelobt sei der Herr, mein Fels. Er sagt, Gott ist sein Fels, richtig? Ja, da steht in der Offenbarung, dass der Gott ist auch ein Stein. Okay. Ja, Gott ist ein Stein. Ja, aber im ersten Korintherbrief, Kapitel 10, steht, dass der Fels, wer ist, der Fels aber war? Ja, Christus, ja. Halleluja. Amen. Und? Mhm. Okay. Du hast auf wie viele verschiedene Bücher da rausgenommen, Dharma-Fers, Dharma-Fers und so, und dann hast du zusammengepasst, dein Gott. Okay, gut. Ist das jetzt dein Ernst? Ist das dein Ernst, Tito? Ja, aber wie hat... Das ist das Wort Gottes, Mann. Das ist das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes, das Herrn Jesus Christus, der durch alle Propheten gesprochen hat und es auch aufschrieben ließ alles. Der Herr Jesus Christus, er alleine, der Schöpfer des Universums. Ähm, Tito, komm mal. In Mischer... Du hast irgendwelche komische Übersetzungen, bei mir ist das komplett anders alles. Du hast doch eine Zeugen-Jehova-Bibel. Nein. Das ist... Hier, ich zeige euch, was für eine Bibel ist das hier? Was schade. Vielleicht sollten wir mal eine andere Bibel geben. Einheitsübersetzung, der alte Neue Testament, Einheitsübersetzung, Freiburg quasi, ja. Einheitsübersetzung. Kein Problem. Ähm, Tito, dieses vom Alten Testament zum Neuen Testament zu, ähm, Verse zu zeigen, das bedeutet, das nennt man Exegese. Das heißt Exegese, das heißt, ich zeige dir eine Prophezeiung aus dem Alten Testament und dann öffne ich zum Beispiel das Neue Testament und zeige, wo die Prophezeiung ist. Die Prophezeiung wahr geworden ist, wie zum Beispiel hier. Der Messias wird geboren, hier Mischer 5, Kapitel 5, Vers 1 steht, dass der Messias aus Bethlehem kommt. Wo steht das? In welchem Buch? Aber guck mal, die Juden. Mischer 5, Vers 1. Okay, die Pharisäen, die da mit Jesus gesprochen haben, die sagten zu Jesus, wenn der Messias kommt, dann werde keiner wissen, woher er kommt. Und dann sagt er, aber den kennen wir, wir kennen seinen Vater, seine Mutter und seine Schwester. Verstehst du? Das heißt, die Juden wussten nicht, woher kommt der Messias. Ich glaube, das ist nicht so in dem Sinn, wie du das sagst. Welche Stelle meinst du? Irgendwo, bei Matthäus oder sowas steht das. Okay. Okay, ich zeige dir noch eine Stelle, dass das, was wir machen, diese Exegese, zum Beispiel Jesaja, Kapitel 7, Vers 14 steht. Ah, das ist mit dem Emanuel, ja? Nee, ja. Ja, ich kenne das. Da ist die Frau, die erste Mal, die Frau, ne? Und dann im Kapitel 8 ist er schon geboren und seine Stadt wird erobern von einer Armee. Und dann ruft Gott schon den, der ist schon geboren. Da sagt er, oh, Emanuel. Und Kapitel 9, Vers 5 ist das Kind schon geboren. Nein, das ist nicht das. Das ist eine Prophezeiung auf den Messias. Das ist eine Prophezeiung auf den Messias. Dann zeig mir mal. Was denn? Guck mal. Hier steht, sein Name wird Emanuel sein. Und Jesus hat den Namen Emanuel bekommen. Wenn wir Kapitel 8 und 9 lesen, derjenige, der dort kämpft, das ist nicht Emanuel. Zeig mal Kapitel 8, die Anschrift von Kapitel 8. Wie heißt die Kapitel 8? Hier. Mhm, okay. In meiner Bibel steht die Geburt von Isaias Sohn Emanuel. Aber okay, das ist eine andere Bibel. Ja, Jesaias Sohn heißt aber Gott mit uns. Ja, und Jesaias Sohn hieß auch nicht Emanuel. Bitte? Jesaias Sohn. Sein Name war auch nicht Emanuel. Okay. Und Jesus heißt aber Emanuel. Richtig. Ja. Okay, gut. Okay. Jesus heißt Gott rettet. Ja. Und der Sohn von Jesaja heißt Shea Yashub. Guck mal, bei mir steht die Geburt von Prophetes Sohn, Kapitel 8. Und wenn du Ende vom Kapitel 8 liest, zum Beispiel, da ruft der Gott schon dem, sagt der, O Emanuel. Mach die Fußnote bei Kapitel 8 mal auf. Hier? Ja, unten die, 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 die zwei. Ja. Kapitel 8, Vers 8. Les mal Vers 8, Kapitel 8, 8. Ja. Gott mit uns. Richtig. Richtig. Amen. Fluten bedecken dein Land, O Emanuel. Heißt das da. Was? Was? Kapitel 8, Vers 8 heißt, der Gott ruft dem Emanuel, sagt der, Fluten bedecken dein Land, O Emanuel. Deine fremde Armee umzingelt hat die ganze Israel. Ja. Und da hier. Okay. Ja, Tito, das Ding ist, guck mal. Ja. Nur weil hier Immanuel steht, dass das bedeutet, Gott ist mit uns, heißt das nicht, dass der Sohn Gottes, hier aus Jesaja 7, Ja, dass er da geboren wurde. Hier. Ja, aber im 9, im 9, Kapitel 9 ist das Kind schon geboren. Das ist schon Vergangenheit, die jetzige Zeit. Les mal vor. Nein, guck mal. Nur in 5. Weil, Tito, Tito, es gibt nur eine Frau, die schwanger geworden ist und Jungfrau war. Das darfst du nicht vergessen. Das war Maria. Ja, aber im Original Griechisch heißt das junge Frau. Ja, junge Frau. Junge Frau, wenn du die Deutschen, wenn du die Deutschen vor 100 Jahren gefragt hast, wenn du zu einer Frau, junge Frau gesagt hast, dann heißt das, dass sie noch unbefleckt war. Okay. Du, Bruder, hallo Bruder. Tu mal, Hermotius 2, Vers 1 bis 4 lesen, bitte. Lade die Schule kurz fest da rein. Die Schwester Violetta will auch, Bruder. Genau. Schreiben. Schalom, Gottes Frieden, Wio. Gottes Segen, Wio. Hallo, hallo, Wio. Gottes Segen, euch allen. Ich glaube, der Tito hat ein Problem damit, dass, du hast ja rausgehört, jetzt gerade diese Thematik, wegen diesen Namen, wollte ich dir nur sagen, Tito. Da der Koran ja 610 Jahre später kam und Allah sich selbst 99 Namen gab, ist es mal wieder einfach nur eine Kopierung dessen, dass Jesus Christus ebenfalls, weil er Gott ist und das zuerst da war, mehrere Namen hat, die auf ihn zutrefflich sind. Das wollte ich dir nur kurz so mitgeben, dass du verstehst, Immanuel. Welche sind das? Ja, zum Beispiel Immanuel, wo du meintest, das ist ja nicht dein Name. Aber auf ihn treffen mehrere Namen zu, wie zum Beispiel Immanuel, Gott mit uns. War der Jesus Mensch oder Gott? Moment, ich wollte dir nur sagen, damit dein Kopf das vielleicht so ein bisschen sortieren kann, dass die Pervertierung Satans immer so funktioniert, dass das, was schon da gewesen ist, angewendet wird, auf eine andere Art und Weise. Also Allah hat 99 Namen. So, das wollte ich dir nur mitgeben, dass du das vielleicht so ein bisschen kombinieren kannst, warum Immanuel, warum Jesus, warum Yahweh und so weiter und so fort. Ne, okay? Vielleicht nimmst du das in deinen Kopf rein. Richtig. Gott wird nämlich auch Immanuel genannt und nur weil er im Kapitel 8 Immanuel genannt wird und diese Zeit vergangen ist, heißt das nicht, dass auch Gott danach irgendwann später hier diese Prophezeiung durch eine Jungfrau geboren wird, der auch Immanuel heißen wird, weil Gott heißt immer Immanuel. Gott mit uns. Okay. Ich kann dir aber noch... Das wäre ein Attribut, aber das stimmt nicht. Allah hat 99 Namen. Genau. Ob du das jetzt als Attribut umschreiben möchtest oder ob du jetzt lieber Schokolade oder Eis magst, ist völlig egal, beides ist süß. Also es sind Namen. Und dass du daraus Attribute dann dir umformulieren magst, kannst du ja gerne tun, Liebe zum Koran. Aber es sind trotzdem Allahs 99 Namen. So. Okay. Ich zeige gerne... Machen wir erst Timotheus 1 auf... Okay, Timotheus 1,1. Das ist schön. Sagt der Paulus. Ja. Was sagt der Paulus? Paulus ist Apostel. Jesu Christi nach dem Befehl Gottes unseres Retters. Wer ist Gott jetzt? Wer ist Gott da? Was sagt der Paulus? Immer wieder. Ja, warte. Paulus hat niemals gesagt, dass Jesus Gott ist. Sondern es hat immer Unterschied gemacht. Bei jedem. Warte. Warte, was du redest nicht darfst. Bitte. Und des Herrn Jesus Christus. Herrn. Ja, okay. Auf Arabisch. Tito, auf Arabisch. Auf Arabisch. Rabb. Es sagt, auf Arabisch heißt ja Herr, Rabb, richtig? Oder Rabb. Okay. Und wer ist im Islam nur Rabb, nur Allah, richtig? Ja. Was hat das damit zu tun? Und warum ist Jesus hier? Rabb? Wir reden jetzt. Hey. Okay. Wollt ihr mit mir debattieren? Schön. Ihr seid jetzt mit dir. Nein. zwei, drei, vier, 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 vier. Nein, nur reden. Nur reden. Nur reden. Nur reden. Jetzt geht los. Okay. Ich habe euch reden lassen. Ich habe euch reden lassen. Jetzt kann ich mir bitte antworten. Aber nicht mich rausschmeißen und nicht stumm schalten. Okay. Ich werde ganz vernünftig. Aber bitte. Jetzt geht los. Jetzt habe ich Frage. Wer hat Kreuz getragen? Wer hat Kreuz getragen? Ganz einfach Frage. Oh, Tito. Guck mal. Antworten. Zwei. Die erste Hälfte in Johannes-Evangelium, die erste Hälfte hat Jesus getragen. Und in den anderen drei Evangelien, in den synoptischen Evangelien, hat Jesus dann... Hat immer der Stimmung getragen. Und kein Jesus. Der eine sagt Jesus, der andere sagt... Der hört gar nicht zu. Okay, gut. Ich bin einverstanden. Hast du mir beantwortet. Einer sagt so, die anderen drei sagen so. Okay, gut. Aber Tito, guck mal. Die erste Hälfte hat Jesus getragen. Und die zweite Hälfte des Weges hat Simon von Kyrene getragen. Was ist denn daran so schwer? Nicht erste Hälfte. Es steht nicht. Erste Hälfte hat Jesus getragen. Dann hat der andere ihm geholfen. Nein. Es steht nicht so. Ihr müsst nicht das verdrehen. So wie es steht. Geschrieben. Einfach so. Okay. Und da steht... Hat Simon von Kyrene getragen. Simon von Kyrene. Simon von Kyrene. Und Johannes sagt, nein. Hat Jesus getragen. Okay. Alles gut. Kein Problem. Die nächste Frage. Okay. Warte kurz. Das ist genauso wie mit Judas. Warum steht das Judas, obwohl er sich erhängt hat? Ja? Einmal ist er gestolpert. Warum? Ja, okay. Warum? Obwohl er sich erhängt hat. Warum ist er aber kopfüber gefallen? Warum? Antworte. Ja, weil der eine schreibt so und der andere schreibt so. Nein. Das interessiert mich nicht. Ja, aber antworte. Guck mal. Ich habe dich was gefragt. Du bist doch Bibel-Experte. Okay, gut. Was hast du mich gefragt? Bitte. Ja. Warum ist Judas, obwohl er erhängt wurde? Der Schreiber einfach wusste nicht. Der eine hat gesagt, der hat sich auch gegen den anderen. Der andere hat gesagt, der ist gefallen. Okay, wie können wir das jetzt kombinieren? Wie können wir das jetzt kombinieren? Wie können wir das jetzt kombinieren? Aber okay, gut, gut. Was haben die, die mit Paulus zusammengegangen sind, was haben die gesehen und was haben die gehört? Einmal sagt er, die haben gesehen und nichts gehört. Weil anderes Mal sagt er, die haben gehört und nichts gesehen. Ganz genau. Das ist doch richtig sowas. Und der Heilige Geist ist geschlafen oder was? Hey, Tito, übertreib dich. Okay. Wie können wir das jetzt kombinieren? Und das kannst du halt nicht verstehen, wenn du nicht den Geist Gottes zur Hilfe nimmst, um die Schrift zu verstehen. Fertig. Okay, ohne Geist kann man nicht verstehen. Gut. Bin ich einverstanden mit. Kein Problem. Okay, ich möchte dir noch eine Sache... Guck mal, Tito, ohne den Heiligen Geist, ohne den Herrn Jesus Christus anzunehmen... Also kannst du gar nicht verstehen. Du kannst die Bibel nicht verstehen. Und was ist... Aber jetzt haben wir eine komplett andere Geschichte. Einmal bei Johannes, bei 14, 26 sagte Jesus, ich schicke euch den Tröster. Ja. Und dann bei 16, 7, also nur zwei Verse weiter, drei Kapitel weiter, sagt er, den schickte Gott. Wer schickt ihn dann? Ja. Was meinst du? Wer den Heiligen Geist geschickt hat? Wer schickt den Heiligen Geist? Ja. Ich werde euch den Heiligen Geist senden, sagt er doch. Ja. Aber bei anderen gesagt, Gott schickt den. Heißt das, er ist Gott? Natürlich. Ach so. Oh, gut. Gut. sagt er hier bei 20, 17, der Johannes... Ich spreng dir wieder vom Bibelstelle zum Bibelstelle. Ist nicht klar. Nein, das ist immer noch Johannes. Über Johannes kann man ganze drei Stunden reden hier. Aber Tito, guck mal, ich habe mal eine Frage. Ja, bitte. Du gehst zwölf Stunden oder zehn Stunden auf der Baustelle. Überlegst du dir auf der Arbeit, dass du danach zu uns kommst und immer wieder dieselben Fragen stellst? Nein. Nein, ich habe zufällig, ich will bei TikTok, ich habe Langeweile bei Kaffee trinken, dann habe ich auch euch getroffen. Das ist doch gut so, oder? Ja, okay. Aber ich denke, ich habe gute Fragen, dann könnt ihr ja viel, viel lernen. Bei Debattieren könnt ihr euch vielleicht helfen. Ihr könnt euch vorbereiten, weil ich stelle unangenehme Fragen, andere Fragen wie die andere. Okay, ich habe eine Frage. Jetzt hast du keine einzige unangenehme Frage, gestellt, sondern nur irgendetwas gelabert. Ach so. Ja, dann erklären wir 2017. Aber Tito, hat er da gelogen oder war das die Wahrheit, was er zu dieser Frau gesagt hat? Welche Frau? Oder hat euer Gott noch einen Gott über sich? Nicht über sich, aber in der Einigkeit. Aber er hat einen Gott. Ja, das steht doch. Tito, warte, ich zeig's dir. Zu euer Vater und meinem Vater und zu euer Gott und meinem Gott. Richtig, das ist die Einigkeit. Das haben wir eben gelesen. Das hat der Bruder Amuso gezeigt. Also war er in dem Moment getrennt von die Dreieinigkeit. Der Dreieinige Gott war in diesem Moment auseinandergenommen worden. Hier, Tito. Pass auf deine Worte auf, Tito. Weil der Herr Jesus, der hört alles und sieht alles. Und hier. Ja, ja. Der ist noch jetzt. Ist doch gut so. Weil Jesus hat gesagt, an mich kannst du huldigen, auf Gott kannst du huldigen. Nur Heiliger Geist muss aufpassen. Tito, lass uns langsam lesen, weil es war bis jetzt sehr ruhig. Also, okay. Du hast das gerade gesagt. Du hast gesagt, hat Gott einen Gott, der höher ist. Gott hat einen Gott, aber der ist nicht höher, der ist gleich. Weil es steht hier. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, oh Gott, dein Gott gesalbt. Das ist der Sohn. Das ist der Sohn Gottes. Und wieso sagt der Jesus, ich kann aus mir nichts tun und der Vater ist größer wie alle? Warte, ich bin doch noch gar nicht. Hat er sich falsch ausgedruckt oder der Schreiber hat sich falsch ausgedruckt? Wer hat sich falsch ausgedruckt? Tito, warte. Okay. Das ist der Sohn und er wird von dem Vater gesalbt. Okay. Deswegen, darum hat dich, oh Gott, der Sohn, dein Gott, der Vater, gesalbt mit Freudenöl. Mhm. Das ist ja das, was wir glauben. Der Vater ist Gott, ewiger Gott, der Sohn Gottes ist ewiger Gott. Wann ist der Heilige Geist gekommen? Hat der Heilige Geist immer bei sich oder wann ist der Heilige Geist gekommen auf Jesus? Du meinst bei der Taufe? Bei der Taufe? Ja. Also vor der Taufe hatte Jesus keinen Heiligen Geist. Der Geist des Vaters war in ihm. Aber den Heiligen Geist hat er damals nicht gehabt. Vor der Taufe. Genau, der kam bei der Taufe auf ihm. Aber das heißt nicht, dass der Gott, das heißt nicht, dann war der Gott nicht komplett. Doch, der Vater war doch in ihm, sag ich dir doch. Ja, aber wo war der Heilige Geist? Der war noch nicht auf ihm, sondern erst bei der Taufe. Ach so. Dann war der Gott nicht komplett. Deswegen sag ich es. Was heißt komplett? Ja, da waren nur zwei Drittel da. Okay, ich habe eine Frage, Tito. Wenn du ab heute im Koma, wenn du ab heute im Koma fällst, Gott bewahre, ich sage nicht du, ich sage kein anderer. Wenn ein Mensch in Koma fällt, für ein Jahr liegt er im Krankenhaus und ist im Koma, nur weil er nicht sprechen kann und nicht sehen kann, heißt das, dass er ein unkompletter Mensch ist? Nein, aber ich sage, dass der Geist also der Jesus war nicht immer der Heilige Geist in ihm war nicht immer. Der Vater war doch in ihm, das reicht doch. Ach so, reicht nur ein Teil. Okay, gut. Und der Heilige Geist, wann ist der in Jesus reingekommen? Da steht drinnen, dass bei der Taufe der Heilige Geist wie eine Taube kam auf. Da war ja nur Taube obendrauf. Aber wie ist die Taube da reingekommen in Jesus? Da ist keine Taube rein. Oh, Herr Noah, das ist ein Geist. Okay. Wie ist dieser Geist in Jesus drinnen gekommen? Okay, warte, wir lesen das. Er hat den Geist doch schon, als er Maria im Mutterleib war. Aber der sagt doch eben nicht. Ich frage das sogar, weil das steht doch da drin. Wir lesen vor, Tito. Ja, okay. Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde, weil Jesus war ja auch Mensch, ja? Ja, okay. und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Okay. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, guck, was der Vater gesagt hat. Der Vater hat gesagt, du bist mein beliebter Sohn. Fertig. Dem habe ich gefallen. Okay. Das bedeutet, eine war oben, in dem Himmel war Vater, in der Taube war Geist, und Jesus war die dritte Person da. Die waren ja auseinander. Hey, Tito! Okay. Und wann sind die zusammengekommen? Wann waren die eins? Was für Fragen, meinst du? Ja, die waren ja immer getrennt, ne? Wir können ja das antworten, aber auch wenn wir das nicht antworten können, was ändert das? Das ändert doch gar nichts, Tito. Also, Tito, kann ein Geist, Tito, hör zu schnell, kann ein Geist durch Wände? Was denkst du? Können Geister durch Wände gehen? Wahrscheinlich. Können die Geister durch Wände gehen? Warum nicht? Und hier steht bei Johannes... Und in der Bibel steht nicht geschrieben, das wird nicht erklärt. Guck mal, bei Vers 7, Johannes 7 und Vers 39 und sagen der Heilige Geist war noch nicht gekommen, weil der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht sich empor gehoben hat. Und verstehe ich nicht, den Satz? Könnt ihr mit dem erklären? 7, 39 Warte mal, Harut, manche Geschwister verstehen ja was falsch, die denken nur wegen der Taube war er nur Gott. Nein, der Herr Jesus war schon immer Schöpfer und Gott ein Erschaffer. Ja, habe ich erklärt, der Vater war ja in ihm. Ja, richtig, aber ein paar Geschwister verstehen das falsch, weißt du? Genau, richtig, hier kam der Geist Gottes sozusagen nochmal auf ihn herab. Und Tito hat gefragt, und Tito hat gefragt, welcher Zeitpunkt, weil Jesus ist ja hier Mensch geworden, der Sohn Gottes ist Mensch geworden, er hat gefragt, okay, jetzt sind sie getrennt, wann waren sie zusammen, hat er gefragt. Ja, als Jesus noch nicht Mensch geworden ist, war er ja schon der ewige Sohn Gottes und der Sohn Gottes war schon immer beim Vater. Ja, und er wurde ja auch durch den Heiligen Geist gezeugt. Ja, okay. Dann kannst du lesen, diese Johannes 7, 39 und 40. Okay. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Der Heilige Geist war noch nicht da. Ja. Ja? Also auch die Taufe war schon vorbei. Also der Heilige Geist war nicht da. Welche Hinsicht? So steht das da. Er hat den Geist in die Welt ausgeschüttet. Genau. Hier, Tito. Kapitel 2. Apostelgeschichte die Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber okay, also war der nicht in Jesus. Okay, gut. Doch, aber noch nicht in den Menschen. Erst damals, nachdem er auferstand in der Welt. Wer ist Jesus Christus? Er ist das Wort. Das Wort wurde Fleisch. Wie sie so? Und das Geist wurde was was hat sich geändert? Die Fleisch? In was? Er musste für uns glauben, dass wir den Geist erhalten. Er hat uns den Geist ausgesandt. Deswegen ist er ja auch gestorben. Aber es gibt ja andere Rettungen. Jesus hat Jesus gepredigt, dass es andere Rettung Arten gibt, wie Glauben an seine Kreuzigung und Auferstehung. Das ist wieder ein neues Thema, Tito. Du hast jetzt schon zwölf Themen hintereinander. Wir reden einfach über Bibel. Hast du viele Ahnung? Alles beantwortet. Tito, hast du viele Ahnung über die Bibel? Ich denke, sehr viel an. Okay. Kannst du mir sagen, wer im Jahr 538 vor Christus Babylon erobert hat? 500? Wer hat im Jahr 538 vor Christus Babylon erobert? Das weiß ich nicht. Vielen Dank für die Antwort. Wer hat die Stadt Niniveh gegründet? Weißt du das? Nee. Vielen Dank für die Antwort. Wer führte die Israeliten in das verheißene Land? Vielen Dank für die Antworten, Tito. Wie meinst du? Der Moses hat es nicht gesehen. wie heißt der Typ da? Der immer Kriege geführt hat. Joshua. Der Typ heißt Joshua. Joshua, ja. Er war Kämpfer. Syrus ist richtig. Okay. Zum Beispiel Kapitel 8 und Vers 51. Kannst du den vorlesen? Für mir erklären. Mach zuerst Hesekiel 36. 26 und 27. Tito, eine Frage. Was hält dich eigentlich davon ab, den Herrn Jesus Christus anzunehmen? Du hast nichts zu verlieren. Ich liebe doch Jesus Christus mehr wie mich selber. Welche Kapitel Schwester? Hesekiel 36 26 und 27 Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Amen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Amen. 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 Gesetz halten. Amen. Und der Paulus hat das ein bisschen anders dargestellt. Gesetz halten, das ist das Richtigste. Das will der Gott. Immer wieder. Jesus hat das bestätigt. Was heißt ein neues Herz und einen neuen Geist? Was heißt das? Was heißt das? Was heißt das? Gesetz halten. Einfach Gesetz halten. Aber warum ein neues Herz? Was ist an dem anderen, alten Herz so falsch? Ja, die Juden sind immer wieder zu diesem Baal und Tammuz und was weiß ich, Kinderopferten und sowas. Das hat Gott gehasst. Immer wieder zu diesem Gottesdienst bei diesem Baal haben die Kinder geopfert und sowas. Und was ist mit uns? Sündigen wir auch nicht jeden Tag? Ja, wir sind jeden Tag, ja. Okay, vielleicht. Aber der Gott will, dass wir reuen. Für ihn ist die Opfer der reuen der Seele. Sagt er auch im Bibel. Er will Leute, die bereuen, wenn sie eine Tat machen, die nicht Gott liebt. Das will der Gott. Der Doder will rein. Ja, ich musste mein Layout ändern, kurz. So, Dota, Gottes Segen. Gottes Segen, ich möchte nur einen Satz sagen. Schau, Dito, du wirst das nicht verstehen ohne den Geist Gottes. Das alte Herz, das steinerne Herz, steinerne Herz, Gesetze auf Stein geschrieben. Das neue Herz aus Fleisch, fleischene Herz, meinte Jesus, ins Fleisch gekommen. Das meint Gott, mit alten, neuen. Richtig. Sar, Isabel, Mose, Sack und Nah, Stein. Aber dieses, dieser wird nicht ins gelobte Land kommen, das Stein. Das Gesetz. Nur die Gnade aus Jesus Christus, aus Fleisch, wird ins gelobte Land kommen. Deshalb muss der Mose sterben, und es nicht ins gelobte Land kommen. Aber warum? Ohne Geist Gottes, bitte, dass nie jemand offenbar ist. Du liebst ihn nur kontra, du greibst ihn nur an, jeden Tag. Aber ohne Wutze, ohne Tebe, solch ich will, dass ich Tebe, so soll, ist das Tebe, Herr Umfeld. Tschüss, tschüss. Kannst du bitte lesen, Johannes 8, Johannes 8, 51. Amen. So ist es dann. Amen. Aber Tito, du willst ja ihn nicht annehmen, dann macht das doch alles doch gar keinen Sinn. Dein Herz muss doch, von den Herzen musst du Jesus annehmen. Was bringt das, wenn wir dir immer wieder Sachen zeigen? Ne, zeig mir diese bitte, 8, 51. Ja, aber hast du mich verstanden, guck mal. Johannes 8, 51, Johannes. Ich weiß, ich weiß, aber ich will dir eins sagen, guck mal. Du weißt doch selber, wenn man an Jesus glaubt, dann von ganzem Herzen, oder? Natürlich. Wie als Christ, meine ich, dass wir ihm von ganzem Herzen als Gott anbeten und glauben. Du willst das ja nicht, warum sollen wir die ganze Zeit, für was? Du kennst schon das Evangelium. Wichtig, Amen. Warte mal, Bruder Harro, kurz. Der Billard schreibt, so viele Christen gehen nur ein, wow, schon hart. Und wenn man sich dann fühlt, dann auch, wow. Wo gehen wir auf einen drauf? Was redest du da? Wir erklären ihnen die frohe Botschaft. Lars, die Leute, was die schreiben, ich lese das gar nicht, interessiert mich nicht. Wir schließen jetzt Johannes 8, 51, was da steht. Ich muss sagen, wir sind hier ziemlich fair. Ja, also wir lassen dich reden. Ja, natürlich. Und wir unterbrechen dich nicht. Genau. Wir reden vernünftig, das ist das Problem. Ja, also wir müssen den Kontext beachten. Die Juden reden mit Jesus. Und die sagen zweimal, beziehungsweise dreimal. Erstmal sagen sie, sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast. Dann sagt Jesus, ich habe keinen Dämon. Sondern ich ehre meinen Vater. Und er nennt Gott wieder seinen Vater. Okay. Und er entehrt mich. Ich aber suche nicht meine Ehre. Ja? Es ist einer, der sie sucht und der richtet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Dann sagt er, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Das heißt, wenn du... Das heißt, wir müssen nicht an die Kreuzigung glauben, an die Auferstehung und so ein Quatsch. Einfach glauben, was er betrachtet und gesprochen hat, das reicht doch. Was ist denn... Tito, Tito, hat Jesus nicht gesagt zu den Pharisäern, ihr studiert die ganze Zeit in den Schriften und ihr erkennt nicht, dass die ganzen Schriften von mir prophezeien, von mir bezeugen. Mit diesem Wort, mit dem Wort ist das ganze Wort gemeint. Weil im Alten Testament steht doch geschrieben, dass Gott Mensch werden wird. Und am Kreuz sterben wird und auferstehen wird. Aber Gott ist kein Mensch. Wie könnt ihr denken, Gott ist Mensch? Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Wurde. Okay. Okay. Les mal, les mal, les mal, rüber mal Brief 1, 22 bis 27. Boah. Rüber mal Brief 1. Das ist doch für mich der beste Satz in der Bibel. Tito, ich hab Hunger langsam. Ja, dann lesen wir das noch und dann machen wir Feierabend. Ja. Drei Stunden jetzt schon, ich hab richtig Hunger. So, 1, 23? Rüber mal Brief 1, 22 bis 27. Okay. Da sie sich für weise hielten, sind sie zum Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpfehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott... Ja. Siehst du, das ist mein Satz. Ja, was möchtest du sagen? Möchtest du sagen, dass Jesus ein Geschöpfer ist? Hier steht, dass die haben gedacht, die wären sehr schlau, aber die... Das denkst du doch auch. ...die wurden verrückt geworden, indem sie die Ehre vom unsterblichen Gott in einem verehrten, einem tödlichen Mensch. Das ist so. Das heißt, das spricht genau über euch. Ihr habt den wahren Gott nicht, sondern den Mensch. Aber Tito, du denkst auch die ganze Zeit... Und Gott sagt doch im Bibel, ich bin kein Mensch. Tito, du denkst auch die ganze Zeit, dass du alles besser weißt. Vielleicht bist du damit gemeint. Okay, aber wenn du da das liest, dann siehst du da, dass gesagt wird, dass die Ehre vom unsterblichen Gott zu Ehren von einem sterblichen Mensch und Vogel und was weiß ich was. Und deswegen hat die Gott übergeben, ihre Herzen übergeben und die Unsauberkeit. Und dann sagt er, die haben die Wahrheit über Gott verdreht in eine Lüge. Und dann haben die mehr die Schöpfung geehrt wie dem Schöpfer. Das ist genau beschrieben, die christliche Art und Weise zu glauben. Ja. Psalm 33,6 Okay. Der Titel, der Sinn von diesen Versen ist aber, dass die Menschen hier den natürlichen Verkehr vertauscht haben. Also Mann hat mit Mann, Frau hat mit Frau Geschlechtsverkehr getrieben. Das ist was unten, aber oben, es geht um diese Verehrung von Menschen oder Gott. Weißt du, oder irgendwelche Schöpfungen. Du kannst doch nicht verehren, ein Baum oder was weiß ich, etwas, was Gott erschaffen hat. Ein Tier, ein Mensch oder was. Das ist alles von Gott erschaffen worden. Ja, aber nur, guck mal. Man sollte nur Gott verehren. Gott ist eine Einzige. Das Ding ist, dass wir ja nicht Jesus als nur Mensch nehmen. Der Gott vermehrt sich nicht. Aber Tito, wir sehen Jesus nicht mehr als Mensch. Der Gott vermehrt sich nicht und sagt, ja, ich habe da so und da so und der ist so und mein. Das ist ja alles metaphorisch gedacht. Verstehst du? Das ist nicht. Tito. Wir glauben ja auch nicht, dass Jesus nur ein Geschöpf ist. Dann wäre das richtig. Wenn Jesus nur ein... Entschuldigung. Aber ein Jesus sagte, ich nehme keine Ehre von Menschen. Also wenn ich als Mensch den verehre, er hat doch selber gesagt, ich nehme keine Ehre von Menschen. Okay, aber Tito, guck mal. Ich erkläre dir das nochmal. Hier steht, ja, es gibt Menschen, die haben die Wahrheit Gottes vertauscht mit der Lüge und dem Geschöpfehre und Gottesdienst erwiesen. Ja, das stimmt. Aber wir glauben nicht, dass Jesus nur ein Geschöpf ist. Weil hier steht, anstatt dem Schöpfer. Und wir glauben, dass Jesus der Schöpfer ist. Wie kann er Schöpfer sein? Wo steht, dass Jesus Schöpfer ist? Ja, das zeige ich dir. Wenn er sagt, da ist, wie die Zeugen sagen, der ist die erste Schöpfung. Also sobald er gab, ich stelle euch eine Frage jetzt. Gab es irgendwann mal einen Zeitpunkt, wo Jesus nicht da war? Nein. Nein. Hier, lies mal bitte, Tito. Ab hier, bitte liest du vor einmal. Ich habe jetzt genug gelesen. Hebräerbrief, was ist das? Kolosser 1,16 bis hier, bis hier bitte. Diesmal? Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist und das schlichtbare und das unsichtbare sein. Alles ist durch ihn, durch Jesus. Ja, okay. Alles ist durch ihn, also er ist der Schöpfer, durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem, er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Fertig. Okay. Und wer ist das? Jesus. Jesus, dieser ist der Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der erstgeborene. Gabi, welchen Psalm wolltest du noch? Gabi, Psalm, was hast du gesagt? Wenn er erstgeborene. Also dann war der eine Zeitpunkt, wo er geboren wurde. Wann ist er geboren? Nein. Erster geborene ist eine Stelle. 33. Ich habe mich an die Stelle. Bestehst du? 33, Vers? 6. Okay. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht. Hier, Tito. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht. Und ihr ganzes Herr durch den Hauptsammel. Das stimmt. Das stimmt. Was ist das Wort des Herrn? Was ist das Wort des Herrn? Wenn Gott etwas erschaffen will, er sagt. Nein. Was ist das Wort des Herrn? Was muss vor dem Wort sein? Okay. Ich zeige dir. Warte kurz. Bevor du ein Wort machst. Warte kurz. Okay. Wir haben eben jetzt gelesen. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Alles. Sichtbar, unsichtbar, Fürstentümer, Gewalten. Und natürlich zu diesem Alles gehört auch die Himmel. Und sie sind durch das Wort des Herrn gemacht. Und das Wort des Herrn ist, im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und Gott ist kein Mensch. Richtig. Aber Gott wurde Mensch. Gut. Kannst du jetzt dieses Wort Gott tun, da auf dieser Stelle von diesem Wort. Und dann kannst du das nochmal zitieren. Und dann hättest du gehabt, am Anfang war Gott und Gott war bei Gott. Dann haben wir zwei Gotte. Verstehst du, was ich meine? Tito, wir glauben doch an die Trinität. Das war dieses Wort mit Wort. Tito, Tito, Tito. 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 Guck mal. Trinität haben wir doch gesagt. Trinität. Existiert nicht. Aber wir haben dir doch gerade Hebräer 1 vorgelesen. Das, was der Muso ganz am Anfang so schön ging. Leute, Trinität existiert nicht. Das ist ausgedachte Lehrer irgendwann mal vom 6. Jahrhundert oder was. Gott ist mein Vater. Jesus ist mein Retter. Und der Geist Gottes ist mein Lehrer. Amen. Amen. Gott ist Gott. Amen. Jesus ist Jesus. Das sagte auch Paulus. Jedes Mal. Zeig mir einen Brief von Paulus, wo er nicht getrennt hat. Gott und Jesus. Tito hier. Er sagt die ganze Zeit über den Herrn Jesus. Und ihr müsst es richtig lesen, aber ihr lest es nicht richtig. Darum hat dich, oh Gott, dein Gott gesalbt. Habe ich doch gerade gezeigt. Warum hast du das wieder vergessen? Wo steht das? Das ist gut. Das würde ich gerne lese. Okay. Okay, bitte. Lass uns dann ein Teil machen. Psalm. Oder was ist das? Psalm 45, 7, 8 und Hebräer Kapitel 1. Vers 9. Vers 9. Vers 9. 45, 8 und Hebräer Kapitel 1. Vers 9. Vers 9. Vers 9. Vers 9. Vers 9. Ja, deswegen hatte ich Gott, dein Gott, deswegen hatte ich Gott, dein Gott, gesalbt mit Öl über deine Freunde. Richtig, mit deinem Gott. Entschuldigung, wenn du mein Gott... Nicht so gut. Dann ist er um dich Gott dein Gott. Ganz kurz, wenn du aber ab 8 liegst, dann sagt er, aber vom Sohn, er sagt, der Vater sagt vom Sohn, dein Thron ist Gott, wird in Ewigkeit zur Ewigkeit. Das heißt, hier der Vater sagt zum Sohn, Oh Gott, also verstehst du, was ich meine? Deswegen kannst du das Grunde nicht aus dem Kontext reißen. Es geht nicht mehr. Und richtig. Ich zeige dir noch zwei Stellen, dann machen wir bitte Feierabend, wegen Trinität, weil du hast gesagt, das ist erfunden, hast du gesagt, das können wir so einfach mal kurz zeigen. Jesaja 48 und danach Matthäus 28. Also du kombinierst immer Jesaja und noch was dazu. Okay. Müssen wir nicht, müssen wir nicht, müssen wir nicht. Wir können. Dann lass mal 48 lesen. Ja. Jesus sagt, Jesus sagt, seitdem es geschehen ist, bin ich da. Du weißt ja, Jesus sagt, Jesus sagt immer, bin ich. Jesus sagt, seitdem es geschehen ist, bin ich schon da. Und nun hat mich Gott, der Herr, also der Vater, und sein Geist gesandt. Hier ist die Trinität. Sohn, Vater und Heiliger Geist. Und wenn du Matthäus liest, Kapitel 28, Vers 19, steht auch, und taucht sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Matthäus, 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 Matthäus 28, Vers 19. Und Vers 19. Und Jesaja 48, Vers 16. Ja, da steht, wenn du heiligst mit im Namen von Vaters und Sohnes und Heiliger Geist. Und wenn wir alles halten, was ich gesagt habe. Ja, und Jesaja 48, Vers 16. Seitdem es geschehen ist, bin ich da, das ist Jesus, und nun hat mich Gott, der Herr, das ist der Vater, und sein Geist gesandt, Heiliger Geist. Okay. Gut. Und danach steht ganz klar, so ist der Herr. Gott hat mir vorher nicht erklärt, dass er aus drei Bestandteilen ist. Also warum hat der Jesus sonst einfach nicht gesagt, pass mal auf, ich bin Gott, also und der Vater, und der Heilige Geist. Wir drei bilden einen Gott. Okay. Habt ihr verstanden jetzt? Gut. Aber er wollte das uns nicht sagen. Okay. Okay, Tito. Okay. Wo er gesagt hat, ich bin ein Mensch, ihr wolltet mich jetzt tot machen, Johannes 8, 40. Dann hat er gesagt, hat er da Wahrheit gesagt, oder hat er, was hat er damit gemeint? In Johannes 8, 40. Er sagte, und jetzt wollt ihr mich, ein Mensch, umbringen, nur weil ich die Wahrheit, die ich von Gott gehört habe. Warum hat er nicht gesagt, was heißt ich? Du hast es ganz genau gehört, du hast alle Stellen gehört, die wir gebracht haben, ganz klar, Jesus ist Gott, Jesus ist der Schöpfer, Jesus ist der Schöpfer, Punkt, aus Ende. Ich möchte auch noch etwas vorlesen. Ja, kurze Frage noch an Tito. Tito, was heißt das, wo Jesus gesagt hat, bevor Abraham war, bin ich? Was heißt das? Was bedeutet bin ich? Was bedeutet bin ich? Ja, ich möchte wissen. Gott, oder war ich da, oder bin ich, was bin ich? oder habe ich? Aber Abraham hat doch über 1500 Jahre oder 2000 Jahre vorher gelebt. Okay, und was? Warum hat er nicht gesagt? Er hat gesagt, er Abraham war, bin ich. Warum hat er nicht gesagt, er Abraham war? War ich da auf dieser Welt? Ich war der Gott. oder war der Jehova? Bin ich heißt ja, dass er der Existierende ist. Abraham war Gott. Vielleicht hätte er da stehen müssen, im Original. Okay, Tito, 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 Tito. Warte kurz, aber die Juden haben doch erkannt. Wieso verstehst du das nicht? Was haben die erkannt? Die haben erkannt, dass er sich zu Gott macht und wenn ein Mensch sich zu Gott macht, gibt es nur eine Strafe, Steinigung, hier. Also direkt Steinigung, weil er das gesagt hat. Ja klar, Gott ist das. Also, was hat er denen gesagt? In eurer Schrift steht, ihr seid Gott. Nein, er sagt, ich sage ich. Ja. In der Schrift steht, ihr seid Gott. Pass auf, Tito. Tito, ich zeige dir die Stelle, dann verstehst du es. Aber wenn er sagt, mein Vater ist der, der nicht verehrt und den nehmt ihr euer Gott. Guck mal, der springt die ganze Zeit. Jesus sagte, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt. Tito, was ist jetzt? Was mache ich? Jesus sagt das, das ist der Psalm. Ach so. In Psalm 82 sagt er, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Jesus nennt diese Leute Götter. Ich gucke mal, den Psalm bei mir vielleicht. Bei mir ist manche Bibel. Hast du lebt? Da gibt es jetzt was anderes drin. 82, ne? Ja. 82. Jesus sagt als Gott, ich habe gesagt. Welcher Vers ist das? Sechs. Vers sechs? Ich sagte, Bravo. Götter. Ihr seid bravo. Rekossi ist nur. Alle, alle Sohne, von Gott. Amen. Amen. Woher siehst du, dass das Jesus sprach? Tito, das hat einer gesagt, aber hat das Jesus jetzt gesagt? Das steht doch nicht in Matthäus oder was. Das ist doch Psalm. Oh Mann. Ja. Meinst du das ernst? Ja klar. Das steht doch hier. Ganz klar. Geschrieben. Okay, Tito. Reicht du heute oder? Jetzt bin ich dran. Okay, Gabi noch mehr. Noch Gabi letztlich. Johannes 7, Abtags 37. Am letzten Tag, an dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief und sprach. Wenn jemand dürfte, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendiges Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den sie empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Amen. Amen. Da hat er zu diesem Zeitpunkt keinen Heiligen Geist gehabt. Okay. Dann haben die Unterne gesagt, die haben gedacht, du bist ein Gottesgesandter. Und die anderen haben gesagt, du bist der Gottesgesandter. Und die anderen haben gesagt, der kommt, aus Galien kommt der Messias. Peter, der Heilige Geist wurde, kannst du gerne noch mal nachlesen, in der Apostelgeschichte 2, erst ausgegossen. Das ist damit gemeint. Das heißt nicht, dass er in Jesus war und hier sagt er plötzlich, dass der Heilige Geist da war. Er ist ausgegossen, nach Jesus' Auferstehung. Er hat genau auf die Menschen das danach ausgegossen. Nach der Himmelfahrt. Genau. Nach der Himmelfahrt. Nach der Himmelfahrt ist der Heilige Geist erst mal gekommen. Aber der Jesus, wo der kam, in die Johannes 17, 22 oder so, wo die im Zimmer waren, dann sagt er denen, ich bin Fleisch, ich bin kein Geist, guck mal hier, ich hab Fleisch und Knochen. Und die haben Angst, die haben denen gar nicht geglaubt. Ja. Und dann? Und danach hat er denen in die reingehaut. Und dann haben die alle 10, alle 10, die da waren, haben den Heiligen Geist empfangen. Und die hatten schon den Heiligen Geist. Das heißt, die 10, 10 Junge haben den Heiligen Geist damals gekriegt. Und dann, 8 Tage später, kam der, der, wie heißt der, ungläubige Thomas. War das Thomas? Ja. Er sagt, ich glaube nicht und so. Und dann kam Jesus und er hat gesagt, ja, glaubst du nicht, komm hier, hier meine Wunde, guck mal hier. Und dann hat er gesagt, ah, mein Gott, mein Gott. Aber, dann hatte Jesus nicht gesagt, ah, braver Junge, du bist sehr gut, jetzt gebe ich dir auch den Heiligen Geist, weil das letzte Mal warst du nicht dabei. Nein. Der Thomas hat selber gesagt, nein, oh mein Gott. In diesem Garten keinen Heiligen Geist. Also, der einzige von diesen Jungen, die keinen Heiligen Geist gehabt haben, war der Thomas. deswegen nennt sich er auch der ungläubige Thomas und der Judas. Deswegen, der Jesus, Jesus wusste, dass die, die sind, die waren komisch drauf. Deswegen hat er denen nicht dem Heiligen Geist gegeben. Tito, er hat sie angehaucht. Aber nicht zu Thomas. Ja, aber er hat sie nur angehaucht, da steht nichts von Versiegelung. Das kam erst in der Apostelgeschichte 2. Der Heilige Geist hat er denen da gegeben, wo die standen. Aber der andere war, der Thomas war nicht dabei. Und dann hat er denen gesagt, dann hat er denen gesagt, wenn ihr geht und, hier, nehmt ihr den Heiligen Geist und dann, wenn ihr jemandem, die die Sünde vergebt, dann wird er auch, die werden denen vergeben. Und wenn er nicht vergebt, dann wird er denen nicht vergeben. Und der Thomas war nicht dabei. Der Thomas war dabei. Der Thomas war nicht dabei. Ja, aber später war er doch da. Dann kam er wieder und dann hatte ich, bevor ich siehe, ich bin der See, dann hatte er den Jesus Gott genannt. Der Herr Jesus ist durch verschlossene Tür gegangen und dann hat Thomas, dann hat er die Finger auf seine Seiten gelegt und dann hat er gesagt, mein Herr, oh mein Gott, und wer ist da die Rede? Das ist der Herr Jesus Christus. Ja, aber der Thomas ist ungläubig. Sollen wir dem glauben jetzt, dem Thomas? Dem selber, Jesus sagt, er ist ungläubig. Okay, Tito, wenn er nicht Gott gewesen wäre, eine schöne Abend, das war sehr, sehr schönes Gespräch. Tito, letzte Frage, Tito, letzte Frage, bevor du gehst. Okay. Wenn er nicht Gott gewesen wäre, warum hat er dann nicht gesagt, nein, stopp Thomas, das stimmt nicht, ich bin nur ein Prophet. Ja, wie hat er das gesagt? Warum hat er ihn nicht korrigiert, wenn er nicht Gott ist? Warum hat er ihn nicht korrigiert? Ja, wenn er, wenn du, wenn du, sagst, dass er gesagt hat, du bist mein Wort, heit, 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 ich lasse euch, du wirst nicht verderben, ihr sollt immer ein bisschen noch genießen. Schöne Arbeit. Heide, heide. Gottes Segen, Tito. Der Herr Jesus Christus segne dein Herz. Amen. Mögest du den Herrn Jesus Christus annehmen? Hier steht es ja. Mein Herr und mein Gott und Jesus ist ja die Wahrheit. Das heißt, spätestens hier hätte er dann sagen müssen, dass er nicht Gott ist. Und das hat er nicht. Und ja, Tito, danke, dass du dann darauf gut geantwortet hast. Vielen Dank. Ja, zum Beispiel der Engel in der Offenbarung, wo sich Johannes niederknet, da sagt er eben, steh auf. Pass auf, was du da machst, ich bin nicht der Herr. Also da hätte es er auch machen sollen. Jesus hätte das genauso machen sollen, wenn er nicht Gott ist. Wenn es ein Engel macht, warum soll es dann Jesus nicht machen? Es sind ja beide nicht Gott in seinen Augen. Genau. Und vor allen Dingen, ist ja nach seiner Meinung, an mehreren Stellen Jesus ja anscheinend nicht in der Lage, Leute vor dem Götzendienst zu warnen. Ja. Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, den Sohn Gottes, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor Jesus nieder. Super, Tito. Hier hat Jesus wieder jemanden nicht gewarnt vor Götzendienst. Richtig, super. Klasse. Also ich kenne diesen Tito so nur flüchtig. Aber ich merke, er ist eigentlich ein intelligenter Mensch. Wenn er Jesus annehmen würde, der wäre ein sehr guter Evangelisierter, denke ich. Aber er liest die Bibel nur, um Fehler zu finden. Richtig. Das ist nämlich der Punkt, wobei ihm noch, ich weiß nicht, leider, leider. Genauso wie der eine davor, der leider nicht glauben wollte an so vielen Stellen, dass Jesus Gott ist, sondern nur der Sohn Gottes, ne? Ja. Adelante kennst du aber auch, Bruder, Harrod. Der ist richtig schwierig. Also der Adelante, boah, das ist nicht so was. Der hat, kurz bevor der eine Anfrage geschickt, hat, hat der Adelante geschickt und dachte ich mir, näher, komm, mit dem macht das nicht so viel Sinn. Nein. Adelante, ey, ich und Gabi, nee, Gabi, ich. Drei Stunden. Drei Stunden. Drei Stunden. Drei Stunden haben wir den erklärt. Mit Matthäus 4. Matthäus 4. Matthäus 4, 8 bis 11. Das ist unglaublich. Und jedes Mal ist er mit einer neuen Ausrede gekommen. Und uns kann auch keiner vorwerfen, dass wir die ganze Zeit unterbrechen oder Sakiya machen oder solche Sachen, weißt du? Das machen wir nicht. Wir lassen ihn reden. Wir lassen ihn sogar springen von einem Punkt zum anderen. Ja. Und wir machen den Spaß, weißt du, normalerweise funktioniert das so nicht. Ich zeige dir mal, was das bedeutet für uns. Warum wir so behandelt werden. Weil in 1. Korinther 4 steht, im Vers 9, es scheint mir nämlich, dass Gott uns Aposteln als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Okay, wir sind zwar keine Aposteln, aber weil derselbe Geist in uns ist, sind wir wirklich der Welt ein Schauspiel geworden. Immer dieselben Fragen. Wieso wurde Gott Mensch? Wenn Gott ist, wieso wird der Mensch? Da, 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 da. Hier steht auch, wir sind Narren geworden. Die Leute lachen über uns die ganze Zeit, aber es gibt immer einen, der sich um die Wahrheit interessiert. Und es, auch wenn es, ich kann hier 100 Jahre lang streamen, glaubt mir, Leute, wenn nur einer sich bekehrt, dann reicht mir das schon, ehrlich. Amen. Es muss aber auch Klick machen. Ja. Man muss das ja auch ernst meinen, wenn man hier reinkommt. Also der gerade hat es ja auch nur zur Belustigung gemacht. Ja, wir kennen ihn schon lange. Der kommt schon seit Tag 1 in meinem Stream. Seit 5 Monaten mittlerweile. Aber weißt du, vielleicht führt ihn ja Jesus doch irgendwie hierher. Da müsst ihr euch mal ein bisschen Gedanken machen. Genau. Weil dadurch, dass er immer versucht, was zu widerlegen, liest er ja auch in der Schrift. Vielleicht hilft es ihm auch. Er weiß. Bei mir war es so ähnlich. Eine Zeit lang habe ich auch nur Widersprüche gesucht und so. Und jetzt bin ich hier. Dem Herrn sei Dank. Amen. Okay, liebe. Ich denke mal, wir ruhen uns alle aus ein bisschen. Tschüss und Gottes Frieden. Gottes Segen und bis später. Gottes Segen und bis später. Und danke, dass der Weg unsere, dass der Herr unsere Wege zusammengeführt hat. Amen. Alle Ehren, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Danke, Jesus. Tschüss. Aus. 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 Vielen Dank.